Jo, liebe Freunde, heute ein ganz besonderes Video, denn viele von euch haben sich das gewünscht, dass ich das hier hochlade. Ich war überlegen, ob ich das überhaupt mache. Ich habe vor ein paar Wochen einen Q&A-Livestream gemacht, also eure Fragen beantwortet. Ganz viele von euch haben sich gewünscht, dass ich diesen auch auf dem Matti-Kanal hochlade. Das ist jetzt aber halt zwei Stunden Material. Ich hatte euch gefragt, ob es für euch okay ist und viele meinten, ey, mach einfach. Deswegen lade ich das jetzt einfach an Cut hoch. Also vielleicht so zwei, drei Schnitte setze ich, falls jetzt irgendwie ein Raid dazwischen war oder sowas, damit wir dem lieben Tobi einfach mal ein bisschen Arbeit abnehmen im Videoschnitt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr damit cool seid und wer das wirklich bis zum Schluss angeguckt hat. Ihr seid Legenden, Alter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe riesen Respekt vor euch. So, jetzt ganz viel Spaß damit. Ich beantworte eure Fragen und wir switchen zu Vergangenheits-Matti in 3, 2, 1. Shake it. Cheers, Freunde. Die Q&A-Runde beginnt jetzt. Wenn ihr Fragen habt, ab in den Chat damit. Welches Lied würdest du hören, wenn du nur noch dieses eine Lied für immer hören dürftest? Oh, das ist impossible. Das kann ich nicht beantworten. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Findet dein neues Album so? Krass Respekt. Dankeschön. Wie geht's Pino? Pino geht es gut. Pino tut es richtig gut, seit wir hier im Haus wohnen und mit dem Garten und so. Und jetzt hat sie richtig Auslauf und kann richtig powern und so. Das ist richtig schön. Man merkt richtig, die fühlt sich richtig wohl. Vor allem einfach im Garten. Legt sich dann immer so in den Spot, wo gerade die Sonne scheint. Ist richtig schön zu sehen. Also war halt in Berlin gar nicht möglich so, ne? In unserer Wohnung im Mehrfamilien-Wohnblock. Impossible, Alter. Spielst du alle Instrumente selbst beim neuen Album? Jein. Also ich hab alles selbst eingespielt, aber teilweise sind das virtuelle Instrumente, die ich dann hier mit dem Keyboard eingespielt hab. Und die Sounds kommen aus dem PC. Aber eingespielt ist alles per Hand. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach irgendwo einen Knopf drücke und eine KI macht mir Musik. So, nee, das nicht. Hast du ein Zitat als Lebensmotto? Grundsätzlich, was so ein Satz ist, nach dem ich sehr viel lebe, ist jetzt erst recht. Wenn Leute mir sagen, du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Wenn Leute sagen, ich glaub nicht an dich, so, ne? Dann sag ich mir immer, boah, jetzt erst recht. Ich wollte es eigentlich gar nicht machen, aber jetzt mach ich es einfach nur als Mittelfinger an dich. Jetzt muss ich es machen. Hast du Pläne, noch mehr Kinder zu bekommen? Das ist eine sehr private Frage. Aber, nein. Drei sind echt viel Dinger. Ja, wirklich, wirklich überfordernd. Kannst du einen Zaubertrick zeigen? Yes, kann ich. Ihr kennt doch alle bestimmt den hier, oder? Mit dem Daumen. Haha. Aber das Ding ist, da haben Leute irgendwie komischerweise immer den Verdacht, das ist gar nicht der Daumen, mit dem ich das hier mache, sondern irgendwie der Daumen von der linken Hand. Und um euch zu zeigen, dass das absoluter Blödsinn ist, guck mal, ich mach das mit einem Ring, okay? Okay, ihr seht, dass ich den Ring nur an dem einen Daumen habe, aber trotzdem funktioniert das. Und daran seht ihr, dass es der eine Daumen ist, der, ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber der lässt sich einfach abnehmen. Das ist so. Nennst du deine Verlobtin in real life auch Roxy? Wenn ich über sie spreche, manchmal bei bestimmten Leuten, aber prinzipiell, also wenn ich sie anspreche, nee, ansprechen tue ich meistens mit Maus. Und wenn ich mit anderen über sie spreche, dann benutze ich den echten Vornamen meistens. Außer bei Hai und vielleicht bei Tobi auch noch. Bei denen, ich weiß nicht, warum, habe ich mich irgendwie angewöhnt, dass ich, wenn ich über sie rede, Roxy sage. Wie fandest du es, dass du mittlerweile so gut bei Influencern ankommst? Papa, Platte, Alicia, Joe, langsam wird Matti groß. Nein, mir geht es nicht drum, also mir geht es drum, ich finde es cool, dass ich es geschafft habe. Ich habe ja meinen Content vor zwei Jahren umgestellt und ich bin froh, dass es jetzt langsam Früchte trägt, dass man sieht, dass mein Content jetzt auch als Mainstream-Content funktioniert und nicht nur für Zauber-Nerds interessant ist, sondern für alle, die sich mal sagen, hä, Zauberei, eigentlich ganz cool, ich schaue mal rein. Und dass die Art Content, die ich jetzt mache, dass die dann auch Anklang findet bei Communities außerhalb von dieser Zauberer-Bubble. Das finde ich sehr cool, ja, das bedeutet mir sehr viel. Das ist mein Ziel gewesen schon vor zwei Jahren und jetzt trägt es langsam Früchte, was mich natürlich sehr stolz macht, ja. Hallo Matti, ich will mit meinem Freund bald eine Zaubershow vor meiner Schule vorfinden. Irgendwelche Tipps bereitet euch gut vor und nervös sein ist absolut okay und völlig in Ordnung. Das gehört sich so für den ersten großen Auftritt. Matti, darf ich dir mein Skript für meine Nummer schicken? Vielleicht möchtest du ja mal nach dem Stream drüber schauen. Boah, wenn ich irgendwann eine freie Minute habe, kann ich gerne drüber schauen. Ich will aber nichts versprechen. Aktuell, meine nächsten drei Wochen sind mega randvoll. Welche Gimmicks meinst du, sollte man... Okay, es sind sehr viele Zaubereifragen heute. Welche Gimmicks meintest du, sollte man als Hobby-Zauberer auf alle Fälle haben? Dazu habe ich ein Video gemacht. Matthias Berger Top 5 Gimmicks. Gebe ich mal so ein und finde ich es dann... Ja, diese 5 Gimmicks sind richtig nice. Die besten 5 Trick-Spiele. Top 5 Gimmicks, die jeder Zauberer braucht. 5 Gimmicks, die ich immer dabei habe. Also ich habe einige Videos dazu gemacht. Schau die dir gerne an, da sind meine Favoriten. Traut sich Pino jetzt auf die Treppe? Jaja, das hat ein, zwei Wochen gedauert. Da bist du noch beim Stand Januar 23. Ich weiß, die Frage hörst du wahrscheinlich 24-7, aber wann kommen Apollo und Melody? Ganz kurz, das sage ich jetzt einmal, alles zum Thema neue Somnium-Editions. Ich habe das neulich erst beantwortet. Ich sage es auch jetzt nochmal im Q&A-Stream an der passenden Stelle. Es gibt kein Update. Wir warten genauso wie ihr. Der Stand ist, unser Produzent, Katamundi, produziert in der besten Qualität der Welt. Und die haben jetzt gesagt, wir ziehen um von Belgien nach Spanien. Am neuen Produktionsort haben die jetzt eine neue Produktion eingerichtet, uns davon Prototypen geschickt. Die sehen so aus, um uns zu zeigen, so fühlen sich die Karten jetzt an. Und die ist absolut Grütze. Das war richtig schrecklich. Und das fanden nicht nur wir, sondern auch sämtliche andere Kunden aus unserem Bereich. Weshalb Katamundi jetzt gesagt hat, okay, anscheinend ist die Qualität nicht so gut, wie wir dachten. Wir überarbeiten das nochmal. So, das ist das Letzte, was uns Katamundi gesagt hat, vor ungefähr zwei Monaten. Seitdem haben wir nichts mehr gehört von denen. Das heißt, die überarbeiten jetzt immer noch. Die meinten, im Januar kann es losgehen. Ist April, perfekt. April und wir haben immer noch kein Update. Wir wissen nicht, wie es um die Produktion steht. Die Sache ist, wir haben andere Produzenten. Da haben wir Prototypen probiert und keiner kommt an Katamundis Qualität ran. Und wenn wir jetzt sagen, wir hätten diese Qualität genommen, irgendeine, die schlechter ist, als was wir vorher hatten, dann wäre das ja total dumm für uns als Marke. Hey, wir machen die Karten der besten Qualität. Die ist aber ab jetzt schlechter als vorher und wird nie wieder so gut sein, wie sie in den ersten zwölf Editions war. Ab der 13. ist alles kacke. Hä, das ist ja auch dumm. Deswegen haben wir uns gesagt, nee, wir warten, bis Katamundi wirklich die Produktion gefixt hat und dann legen wir los. Und selbst wenn es ein halbes Jahr dauert und selbst wenn es ein Jahr dauert, wir haben noch einige alte Editions auf Lager, dann könnt ihr in der Zeit die bestellen. Aber es kann aktuell keine neue Somnium Edition geben, weil die Qualität gerade leider nicht gewährleistet ist. Wir warten genau wie ihr. Und wenn es ein Update gibt, folgt gerne, gebt einfach Ausrufezeichen WhatsApp im Chat ein. Dann findet ihr meinen persönlichen WhatsApp-Broadcast. Da lohnt es sich sowieso. Und ihr findet auch den Somnium-Broadcast dort verlinkt. Den könnt ihr auch gerne folgen. Wenn es irgendwelche Infos gibt, dann landen die als allererstes bei uns im Somnium-WhatsApp-Broadcast. Soviel zum Thema Somnium. Mehr kann ich gerade nicht sagen. So, oh Gott, jetzt bin ich wieder so weit oben im Chat, ne? Was sind deine Lieblingsmünzen? Morgendollars. Die hier. Das sind, finde ich, für Münzmagie die besten Münzen. Hast du ein Lieblingsbrettspiel? Theoretisch Schach. Ich wünschte halt, ich wäre besser darin. Aber es wäre wieder so viel investierte Zeit, ne? Aber theoretisch Schach finde ich sehr cool vom Prinzip her. Was war als Kind dein Traumberuf? Oh, ich hatte sehr viele Wünsche. Aber alles ging eigentlich, das Allermeiste ging so in den künstlerischen Bereich. Mein größter Wunsch immer bis heute war Rockstar werden. Irgendwann wollte ich Schauspieler werden, Synchronsprecher werden. Da hatte ich ganz viel Lust drauf. Moderator, so Dinge in dieser Richtung, weißt du? Und so um das Abi herum dachte ich dann, ne, ich brauche jetzt was Realistisches. Ah, wie wäre es mit Lehrer? Dann hatte ich eine lange Zeit lang darüber nachgedacht, Lehrer zu werden. Dann habe ich Lebensmittelchemie studiert und wollte Lebensmittelchemiker werden. Und ja, jetzt bin ich YouTuber, Schrägstrich Zauberer und Unternehmer. Aber kann bei all dem all meine Wünsche und Hobbys und Leidenschaften einfließen lassen. Meine Liebe zur Musik, meine Liebe zum Synchronsprechen, zum Schauspielen und was weiß ich. Zum Lehren. Im Endeffekt bin ich Lehrer geworden, nur halt Magielehrer. Also im Endeffekt kann ich alles in meinen Job einbauen, was ich möchte. Und das ist der perfekte Job für mich. Und ich würde es um nichts in der Welt eintauschen wollen. Ja, Standardfrage. Welches ist dein Lieblings-Somnium-Kartenspiel? Na, ähm, da, gleiche Antwort wie immer. Wenn ihr Geschwister habt, frag mal eure Mama. Mama, welches ist eigentlich dein Lieblingskind? Und die wird dir dann irgendeine diplomatische Antwort geben von wegen, ah, ich liebe euch alle gleich auf unterschiedliche Weisen, aber ich liebe niemanden mehr als den anderen. So sieht es auch mit meinen Babys aus, mit meinen Somnium-Decks. Hast du schon mal aus der Höhle der Löwen Produkte gekauft? Oh Gott, lass mich nachdenken. Ähm, ich glaube, ja, war er ab bei der Höhle der Löwen. Das hatte ich mal probiert. War da aber nicht so happy mit. YFood hab ich tatsächlich einmal gekauft, weil meine Kinder das unbedingt probieren wollten. Ähm, fand die auch nicht so nice. Ähm, und das war's, glaube ich. Also YFood hab ich einmal probiert, war überhaupt nicht begeistert. Er ab einmal probiert, war nicht so sonderlich begeistert. Und das war's. Wie eröffnet man ein Gespräch? Wir reden gern über Musik und Co. Wie fängt man an? Ich kann ja nicht sagen, seit wann spielst du Geige? Ach, keine Ahnung. Du meinst jetzt so in so einer Flirt-Situation, Svenja? Das kommt ganz von selbst. Das wirst du merken. Das kommt ganz von selbst im Flow. Und wenn du merkst, äh, es ist grad irgendwie so ne awkward Pause und keiner sagt was, dann sag einfach, ich hab ne random Frage an dich. Seit wann spielst du Geige? Warum nicht? Kann man machen. Wie geht's deinen Kindern? Bestens. Ähm, da ihr noch warten müsst auf Katamundi. Wie viele Designs haben Hai und Du schon in der Schublade? Ähm, nur für die kommenden Editions. Also wirklich endgültig fertig designt. Wir wollen jetzt nicht die nächsten fünf Editions schon fertig vorbereiten und schon in Vorkasse gehen. Und nachher heißt es, wir können die gar nicht auf diese Weise produzieren, weißt du. Deswegen, ähm, nur die nächsten zwei Editions. Also die Melody und die Apollo, die sind fertig designt. Hai Matti, wann machst du wieder Telonym? Immer Donnerstagabends von 20 bis 22 Uhr. Was hältst du von The Voice Kids? Ich bin halt grundsätzlich kein Fan von, von Fernsehen einfach, ne? Also ich weiß, dass viel bei solchen, gerade auch bei solchen, äh, Fernseh-Casting-Shows, aber generell bei allem an Reality-Shows im Fernsehen, da wird viel gefaked, gescriptet, umgeschnitten und die Leute drehen dir, also die können dir alles, was du sagst, im Mund rumdrehen und dich so darstellen, wie sie wollen. Äh, das finde ich schrecklich. Deswegen bin ich grundsätzlich kein Fan von Reality-Shows aus dem Fernsehen. Ähm, arbeite aber gerade an einer eigenen, um es halt mal real zu machen, so, ne? Ja. Matti, warum hast du das Video mit Hans Zimmer gelöscht? Das war so gut. Hab ich das? Ich kann mich nicht dran erinnern, das gelöscht zu haben. Vielleicht wurde das wegen Copyright gelöscht. Was ist das für ne Gipsen im Hintergrund? Das ist die Epiphon-Lepol-Standard. Das ist die kleine Schwester von der Gipsen. Die kleine, etwas wertlosere. Gibt es irgendeine Verschwörungstheorie, bei der du denkst, dass sie sehr gut möglich ist? Ja, safe, aber mir wird jetzt kein Beispiel einfallen. Also, ich, ich sag mal so, ich, ich bin kein großer Freund von Verschwörungstheorien, das wisst ihr. Ich äußere das immer wieder. Aber ich sag mal, ich bin kein Feind von kritischem Denken. Also, Dinge hinterfragen und kritisieren, finde ich ja wichtig und gut. Und zu wissen, oder ja, erst mal zu kritisieren, ob was man sieht, was man hört, ob das real ist oder ob das fake ist, das ist ja erst mal eine gute Einstellung. Also, ne Reality-Show wie The Voice Kids zu gucken und dann zu denken, hm, das ist doch safe so zusammengeschnitten. Safe ist das nicht wirklich so, ist der nicht so ausgerastet, der Typ, oder was weiß ich, ne? Ähm, das ist ja erst mal eine gesunde Denkweise. Wo ich halt sehe, äh, große Gefahren sehe, ist halt, wenn so diese, ja häufig schwingt da halt so, schwingt rassistisches Gedankengut mit oder anderweitig diskriminierendes Gedankengut oder halt häufig ist es halt dumm, wenn es antiwissenschaftlich ist. Das nervt mich halt, ne? Aber Dinge, wo man weder die eine noch die andere Richtung beweisen kann und es wäre nicht wissenschaftsfeindlich und es ist nicht gegen die Fakten, diese Theorie zu haben, da hab ich kein Problem mit. Ein Problem hab ich halt mit Verschwörungstheorien, wo es halt obvious wissenschaftliche Fakten sind, dass es nicht so ist. Wie beispielsweise flache Erde. Ne, das, da, da, da regt es mich halt so auf dann. Was ist dein Lieblingszauberei-Bereich? Ähm, ich glaub, die Frage erübrigt sich, oder? Fragst du mich das grad wirklich, wie Gito als langjähriger Zuschauer den Kartenmagier auf YouTube Deutschland fragst? Was ist dein Lieblingszauber-Bereich? Ja, ich antworte die mal. Kartenmagie, tatsächlich. Ich weiß, großer Schocker. Äh, was hältst du vom Beruf Lehrer? Hab ich ja im Prinzip gerade gesagt. Ähm, was ist jetzt eigentlich mit dem Postboden? Du meinst mit dem Amazon-Dings? Da gibt es kein Update. Ich muss, äh, muss mich immer noch drum kümmern, mit meiner Anwältin jetzt Amazon zu verklagen. Ich hab immer noch kein Geld von Amazon bekommen. Äh, was ist dein Lieblingslied, was du am liebsten spielst? Du meinst jetzt am Klavier spiel ich aktuell am meisten. Also es ist halt immer das Stück, das ich gerade übe, logischerweise. Jetzt gerade übe ich halt nach wie vor an Claire Delune von Debussy. Am liebsten jamme ich halt einfach vor mich hin. Also ich spiel ein Stück und dann mach ich ne Überleitung zum nächsten und zum nächsten. Und damit ärgere ich alle um mich rum, weil alle denken, die Überleitung führt jetzt zu dem Lied. Aber dann spiel ich plötzlich ein anderes. Und das ist halt immer ganz lustig so. Also einfach, was mir gerade so durch den Sinn geht. Ich habe zwei Fragen. Erstens, wie bist du zum Hypnotisieren gekommen? Zweitens, wie hast du es irgendwie hinbekommen, dass du den richtigen findest? Boah, ich hab keine Ahnung, was diese kryptische zweite Frage bedeuten soll. Aber wie ich zum Hypnotisieren gekommen bin? Ja, über drei Ecken. Also ich hab 2020 viel in der Zauberszene connected. Und mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten abgehangen. Ja, so führte irgendwie eins zum anderen. Dann kam irgendwann Hypnose ins Gespräch. Und ob ich da nicht auch Bock drauf hätte. Und ich fand's halt schon immer ultra spannend. Und ja, da hat sich die Gelegenheit geboten. Und ich hab dann bei Rainer Mees den Gentleman's Hypnosis Kurs besuchen dürfen. Bist du noch in Koop mit Holy? Guten Abend, wie geht's dir stets? Kennst du das? Du erzählst jemandem, dass du farbenblind bist. Und wirst ab dann immer gefragt, welche Farbe ist das? Genau die Situation hatte ich heute. Chiara, es ist meine Lebensgeschichte. Ja. Hättest du Lust, ein Video zu machen, in dem du Höhle der Löwenprodukte testest? Prinzipiell ja, aber das passt halt nicht zu meinem Content. Also es wäre ein Format komplett aus der Reihe sozusagen. Aber prinzipiell hätte ich da schon Bock drauf. Andererseits gibt es halt wiederum viele, die das machen in YouTube-Deutschland. Ich denke da an Celtics, an Dave und an Torben Platzer. Das sind so, glaube ich, die drei größten Kanäle für ich kauf das und das Produkt, damit ihr nicht müsst. Und sag euch meine ehrliche Meinung. Da gibt's halt schon diese drei Kanäle, die das ganz groß und sehr gut machen. Da braucht es, glaube ich, nicht noch den Mati, der das dann auch macht. Ich mach das auf meine Weise mit Zauberstuff, weißt du? Dann ist es wieder individuell. Das macht kein anderer in Deutschland. Das mach nur ich. Auf, keine Ahnung, Wish, Temu, was weiß ich, irgendwelche Schrott-Zaubertricks kaufen. Oder halt auch gute Tricks kaufen. Ich hab ja auch Videos, wo ich tausende von Euro ausgebe und euch da die besten Zaubertricks vorstellen und nicht nur Schrott. Auch das, ne? Diese Art Content, die macht keiner in Deutschland so wie ich. Und da bin ich wieder alleine und hab mein Alleinstellungsmerkmal. Da bin ich dann nicht nur der Fünfte, der das macht, sondern bin der eine, der das macht. Und das ist immer mein Ziel. Hallo Matthias, hast du eigentlich Mitarbeiter oder kannst du dir vorstellen, jemanden einzustellen? Zum Beispiel Kata für Social Media. Äh, Citi Ono, doch. Herzlich willkommen bei mir im Chat. Ähm, ich habe meinen Bruder Tobi als Kata für meine Zweitkanal-Videos. Der ist aber nicht eingestellt, sondern ich buche ihn halt dafür immer. Ich bin ja nicht sein einziger Kunde, sondern Tobi ist ja Medienproduzent generell, damit selbstständig. Und ich bin halt einer seiner Kunden sozusagen. Ansonsten, ich werde tatsächlich bald zum ersten Mal wen einstellen. Äh, aber das ist nicht als Kata, sondern ganz abseits davon. Ähm, und ansonsten... Ne, Kata brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Was ich bräuchte, wäre jemand, der redaktionelle Arbeit übernimmt. Aber das, das hat auch noch Zeit. Das ist für Projekte, die in der Zukunft sind, gedacht. Ich schaue gerade deine Stray-Videos, ultrasüßes Spiel. Krass, lustig. Ähm, ja, äh, die... Das Spiel hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und es gibt dazu eine Verfilmung, die gerade in Arbeit ist. Bin ich sehr gespannt drauf. Was für Musik hörst du so privat? Kinglow, herzlich willkommen im Chat. Äh, privat höre ich... Also, bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, eigentlich nur alles so in Richtung Rock. In verschiedenen Facetten. Aber mittlerweile auch sehr viel, äh, außerhalb davon. Aber ansonsten höre ich halt vor allem Linkin Park, Foo Fighters, Bring Me The Horizon. Das sind so meine liebsten Bands. Aber, also, ich sag mal so, wenn's gut gemacht ist, wenn's gut ist, höre ich aus fast allen Musikrichtungen gerne. Außer Schlager, Deutschrap, finde ich ganz schlimm. Und zu harter Metal. Also, wo wirklich nur noch gegrault, gescreamt, geschautet wird und gar nicht mehr melodisch ist. Das mag ich dann wieder auch nicht. Äh, ja. Aber ansonsten, keine Ahnung, ich, 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 höre selbst Klassik und, keine Ahnung, irgendwelche Aufnahmen, wie Leute Chopin spielen oder so, weißt du? Auch sowas höre ich. Also, ich finde, man muss sich da immer in eine Richtung weiterbilden. Lieber in einer Sache der Beste oder in vielen Sachen Mittelgut sein? Ich kann dir nur sagen, wie es bei mir ist, ne? Also, ich bin in vielen, vielen Sachen ganz gut. Es gibt ein paar wenige, da bin ich ziemlich gut. Es gibt vieles, wo ich halbwegs gut bin. Aber es gibt nichts, wo ich der Beste, Beste bin. Aber darüber hab ich einen ganzen Talk auf meinem Mati-Kanal, den könnt ihr euch gerne anschauen. Aber ja, ich bin besonders gut darin, ein Allrounder zu sein. Und das, finde ich, ist auch eine ganz coole, ganz coole Sache eigentlich. Ich weiß nicht, ob es die Frage gestern gab, aber wird das dein Album als CD oder Download geben? Ihr habt mich gestern überredet, Freunde. Ihr habt mich echt überredet. Roxy hat mir was rausgesucht. Ich denke, ich werde mein Album jetzt noch so zusätzlich als so ein schönes Collectors Deluxe Box Paket für euch auch mit auf CD dann anbieten. Ihr habt mich überredet. Eigentlich wollte ich es nicht, aber ihr habt mich überredet. Hast du irgendeine komische Angewohnheit? Oh Gott. Klar, natürlich. Ich glaube, meine weirdeste Angewohnheit, die habe ich euch irgendwann mal erzählt. Wenn ich Musik im Kopf habe, dann spiele ich, angenommen, ich habe jetzt irgendein Lied im Kopf, dann spiele ich die Melodie dieses Liedes so mit meinen Fingern. Das mache ich völlig unterbewusst. Das mache ich actually jede Nacht beim Einschlafen. Also ich tippe auf Roxys Körper rum. Dann tippe ich, spiele ich die Melodie mit einzelnen Fingern wie auf dem Klavier. Aber jeder Ton hat einen eigenen Finger. Heißt, ich habe nur zehn Finger. Wenn es eine Melodie ist, wo der unterste Ton und der oberste Ton mehr als zehn Töne auseinander ist und dann kann ich den letzten obersten Ton ja nicht spielen. Na, 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 na. Und da fehlt mir der Finger. Und in meinem Kopf ist es dann so, dass mental mir hier noch ein sechster Finger wächst und der spielt diesen letzten Ton. Aber das nervt mich dann. Das triggert mich. Das macht mich richtig sauer. Wenn ich dann diesen letzten Ton oben nicht spielen kann, sondern dann mache ich kurz nichts und dann geht es hier wieder weiter. Das nervt mich. Ja, das ist meine ganz weirde Angewohnheit mit Voice Crack. Wie findest du es, dass es Volljährige gibt, mittlerweile die Limp Bizkit Missy Elliott nicht kennen? Normal? Gab's schon immer? Nicht jeder Mensch muss jede Band kennen und jeden Künstler, oder? Aber herzlich willkommen, Paul Pelz. Und Google Inu, danke für 31 Monate Resub. Vielen Dank. Kannst du ein Blasinstrument spielen? Ja, ich kann Blockflöte spielen. Aber sonst nichts, nein. Ich habe eine Frage. Und zwar bin ich 15 und hatte noch nie ein romantisches Gespräch mit einem Mädchen. Und ich habe einen riesen Crush auf eine meiner Klasse. Das Ding ist, sie redet nie mit mir und ich nie mit ihr. Das ist keine Frage. Luca, und deshalb kann ich dir nicht antworten. Nein, das gleiche wie in all meinen Telonymrunden. Ich habe ja mittlerweile die Regel festgelegt, dass ich das nicht mehr beantworte, weil ich es wirklich hundertmal jetzt schon beantwortet habe in meinem Telonymformat. Geh auf YouTube, gib einen Mattis Kummerkasten, guck dir die letzten paar Folgen an. In irgendeiner davon sage ich es dir ausführlich. Bin gerade dabei, einen Remix von Ich hab dich gewarnt zu machen. Bin fast fertig und nur noch die letzten Touches. Bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Einen Abend hab dich irgendwie zufällig auf YouTube vorgeschlagen bekommen. Herzlich willkommen, Gneras. Schön, dass du da bist. Dann willkommen in der Community. Und du kommst genau richtig. Wenn du jetzt irgendwelche Fragen hast, frag. Dafür ist der Stream heute da. Weshalb willst du Amazon verklagen? Guck auf meinem Matti-Kanal, mein Video Amazon scamp mich. Schau dir das an. Gibt's heute eine Q&A? Joa, steht ja auch so im Titel, oder? Gibt es ein Lied, was deine Familie immer wieder hören will von dir? Also es gibt Lieder, die sie am liebsten nicht mehr hören. Nee, nicht kollektiv jetzt meine Familie. Von Roxy. Ja, da gibt es auf jeden Fall das ein oder andere Lied, wo sie sich immer freut, wenn ich's ihr vorsinge. Die Verschwörungstheorie, dass man Besteck mit Begaffen verbiegen kann, ist die einzige, an die Matthias Berger glaubt. Absolut korrekt, ja. Oh Gott, ich bin... Das seh ich jetzt erst. Ich bin neun Minuten in der Vergangenheit. Oh mein Gott, bin ich weit oben im Chat. Wie denkst du, kann man am besten Hypnose lernen, indem man ein Seminar dafür besucht? Hilft dir deine Familie beim Einpacken der Pakete? Ja. Also Roxy hilft mir mittlerweile eigentlich fast immer. Und dementsprechend auch das Baby, weil sie hat sie auf dem Arm. Und, äh, keine Ahnung, ich sag, ich brauch eine Packung Loops. Und dann nimmt Roxy die Loops aus dem Regal, gibt sie dem Baby in die Hand und das Baby schmeißt die Loops dann in das Paket. Also wenn ihr was bei mir in meinem Shop bestellt, es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass meine kleine Tochter euer Paket gepackt hat. Moin Matti, bist du Fußballfan? Liebe Grüße aus Österreich. Liebe Grüße zurück, äh, little drippy chicky. Äh, chicky, sag ich schon, chicken. Ähm, früher ja, mittlerweile nicht mehr. Früher bin ich sehr krasser Fußballfan gewesen. Da hab ich dann auch wirklich immer, äh, gewusst von meinen liebsten Vereinen. Wie, wie ist der Kader aktuell? Und, oh, wer ist gerade verletzt? Und jede Woche wusste ich, wie, wie, ähm, waren die Ergebnisse von den Spielen in der Bundesliga und so. Ähm, mittlerweile gar nicht mehr. Ich weiß am Ende der Saison, wer gewonnen hat. Ich weiß jetzt, dass Bayer Leverkusen deutscher Meister ist. Und das ist alles, was ich aktuell verfolge. Ähm, nee, die Leidenschaft ist so, ja, ist im Sande verlaufen bei mir irgendwie über die Zeit. Hey, Matti, ich hab vor kurzem mit Kartenmagie angefangen durch deine Videos. Freut mich. Wie gehst du mit frustrierten Menschen um, die einen Trick direkt erkennen und diesen auch direkt vor allen erklären? Ist mir passiert. Äh, ja, das ist eine Erfahrung, die wirst du auf jeden Fall anfangs häufiger machen. Ich hab ein ganzes Video dazu, wie ich mit skeptischen Zuschauern umgehe. Das kannst du dir gerne anschauen. Matthias Berger, skeptische Zuschauer, einfach eingeben auf YouTube und dann findest du meinen Talk dazu. Aber, wenn ich merke, jemand hat gerade gar keinen Bock darauf, dass ich ihm jetzt einen Zaubertrick zeige, dann zeig ich ihm keinen Zaubertrick. Also, wenn ich merke, jemand ist gar nicht der Mensch dafür und hab da gar keine Lust drauf, dann dreh ich mich um und geh. Also, wer, wer das nicht zu schätzen weiß, dass ich mir gerade die Zeit und Mühe gebe, ähm, ja, der verdient es nicht, oder? Ganz einfach. Das ist doch wieder ein Eisbüffel. Sam vs. White, wärst du dabei? Jein. Jein. Was sind deine Top 3 Zuschauerfragen, die du am meisten hasst? Ja, was heißt hassen? Ähm, mich frustriert es bei bestimmten Fragen, dass sie halt immer wieder gestellt werden, obwohl sie überall beantwortet sind. Im entsprechenden FAQ-Bereich, auf der entsprechenden Website, in eigenen Videos, die ich extra gemacht habe, weil ich diese Frage dauernd bekomme. Auch in meinen Streams beantworte ich sie trotzdem immer und immer wieder aufs Neue und geb mir trotzdem die Mühe, auch wenn es schon Videos dafür gibt, in den FAQ-Bereichen und so weiter. Und trotzdem werden diese Fragen gestellt. Ja, da gibt es ein paar von, klar. Äh, das ist alles rund um, äh, die Marke Somnium Cards, wie sieht's da aus mit Neuigkeiten, bla bla. Ähm, das sind teilweise privatere Sachen, ähm, die ich dann nicht unbedingt in der Öffentlichkeit beantworten möchte, über die Kinder, keine Ahnung, ich werde gefühlt jeden Tag gefragt, hey, wie heißen deine Kinder, hey, wie alt sind deine Kinder, hey, wie alt sind deine Kinder und wie heißen sie, an welche Schule gehen sie, wie ist ihre Sozialversicherungsnummer? So, weißt du, äh, das sind halt so Sachen, ob ihr es glaubt oder nicht, die, finde ich, gehören nicht in die Öffentlichkeit. Und deswegen finde ich es frustrierend. Ich hasse es nicht, aber ich find's frustrierend. Kommt irgendwann mal eine neue Folge von Ich kauf die neuesten Gimmicks. Du meinst, was alles so brandneu auf dem Markt ist oder so? Ja, kann ich mir vorstellen. Hast du schon mal Kobi bei Fulas gesehen? Nee, aber ich weiß, dass er da seine Meisterschaftsnummer macht und dann, die, die kenn ich ja. Wenn's irgendeinen neuen Twist gibt, von dem ich noch nichts mitbekommen hab, ja, dann muss ich's mir natürlich anschauen. Wenn du das hier liest, ist es 20.30 Uhr. Oh Gott, es ist 20.42 Uhr. Boah, ich bin zwölf Minuten in der Vergangenheit. Okay, ich mach ein bisschen schneller. Wo kann man Tobi buchen? Auf bergertobias.de. Da findest du seine Seite. Bezahlst du Tobi dann auch? Nee, weißt du? Der lebt dann von Luft und Liebe. Ja, natürlich bezahle ich. Wie hast du früher Vokabeln gelernt? Warst du Team Latein oder Französisch? Ich hatte Latein und Vokabeln lernen fand ich sehr frustrierend. Ich hab's halt einfach reingeprügelt. Einfach gucken, wiederholen. Das Erste, was oben steht in der Liste, das weißt du immer sofort. So, dann lernst du das Zweite und wiederholst das Erste. Dann lernst du das Dritte und wiederholst die ersten drei. Dann lernst du das Vierte und wiederholst die ersten vier. Und dadurch hast du am Ende die obersten, die hast du richtig gut drin. Und die, die ganz unten standen, keine Ahnung, Alter. Hi Matti, ich hab noch eine Frage zur Musik. Ich singe selber richtig gerne und auch in unserer Schulband. Habe selber auch schon oft Texte geschrieben. Doch wie mache ich das mit der Begleitung? Wie begleite ich mich selber? Zum Beispiel, wie stimme ich meinen Gesang auf diese Begleitung ab? Ich bin auch erst 13, spiele selber kein Instrument außer Blockflöte. Es gibt ja so Apps, wo man das irgendwie machen kann. Und Joa, hättest du einen Tipp? Boah, das kann ich dir nicht in einem Satz beantworten. Das ist eine sehr komplexe Antwort. Im Endeffekt, Begleitung für deinen Gesang ist, du brauchst die Akkorde des Liedes im Hintergrund. Sei es jetzt, du lernst Gitarre und begleitest dich auf der Gitarre oder du lernst Klavier, wie auch immer. Das sind halt gute Begleitinstrumente, weil du darauf Akkorde spielen kannst. Ja, klar gibt es da irgendwelche Apps oder sowas. Du kannst auch dir selber die Begleitung zusammenbasteln in allen möglichen Sequencer-Programmen. Ich glaube, da solltest du dir lieber ein paar Tutorials auf YouTube angucken. Also das ist wirklich schwierig, gerade mal eben schnell zu beantworten. Stray-Verfilmung mit einer echten kleinen Katze. Ich weiß nicht, wie die es machen. Ich vermute mal CG, dass es so ein Animationsfilm ist. Aber ja, ich habe gelesen, schon vor einem halben Jahr oder so, Stray wird jetzt verfilmt. Oder geht jetzt in Produktion, die Verfilmung. Was ist das schwierigste Lied, das du je geübt hast? Fantasie Impromptu von Chopin. Habe ich die ersten acht Takte, die konnte ich spielen und dann war vorbei. Was für ein Video würdest du machen, wenn du alles machen könntest? Boah, wenn es überhaupt kein Problem wäre mit dem ganzen Aufwand und Schnitt und bla bla bla, dann würde ich halt am liebsten Videos machen, die so Fernsehqualität haben oder Netflixqualität haben. Also ich würde am liebsten eigentlich nur noch so Sendungen produzieren für meinen Kanal. Hatte ich euch ja schon erzählt, was da jetzt auch in Planung ist, was ich jetzt auch wirklich umsetzen möchte. Aber ja, ich würde am liebsten sowas machen. Das würde mir, glaube ich, am meisten Spaß machen. Gibt es Instrumente, die du gerne lernen wollen würdest? Nö, alles, was ich lernen wollte, habe ich gelernt. Warum ist der Versand beim Somnium und bei deinem Shop so teuer? Ich will dich nicht beleidigen, ich will nur wissen, wie die Kosten zustande kommen. Also ein 2-Kilo-Paket kostet bei DHL 5,50 Euro. Du zahlst innerhalb Deutschlands sowohl im Somnium-Shop als auch im Mati-Support-Shop roundabout 5 Euro. Im Somnium-Shop 5 Euro, bei mir sogar, ich glaube, 94. Also ich mache alleine schon daran Minus, aber da muss ich ja auch noch die Pakete selbst kaufen, die Sticker dafür kaufen, drucken lassen und so weiter. Also alles in alle mache ich am Versand Minus. In beiden Shops, so kommen die Kosten zustande. Dass Amazon sagen kann, ey, werd Prime-Mitglied und du kriegst den Versand kostenlos, liegt halt daran, dass sie einen eigenen Versand machen. Die haben, also die benutzen nicht DHL, die haben ihren eigenen Versand. Und sind das größte Unternehmen auf der Welt in dem Bereich. Ja, seid bitte nicht verwöhnt durch die größten Giganten, Milliarden-Giganten als kleiner Einzelunternehmer oder als mittelständisches Zweier-Unternehmen. Da kannst du nicht mithalten mit Amazon, das geht leider nicht. Also wir machen Minus am Versand, immer noch. Wie ist eigentlich so dein Schlafrhythmus? Wann gehst du schlafen? Wann stehst du auf? Ich weiß nicht, warum dich das interessiert, aber meistens, also bestenfalls, es gibt Nächte, da schläft das Baby durch. Da gehe ich dann meistens zwischen 0 und 1 Uhr schlafen und stehe auf um ungefähr 6.30 Uhr. Das ist ein bisschen zu wenig, ich wünsche, das wäre mehr, aber keine Zeit. Jetzt gibt es aber auch Nächte wie die letzte Nacht und die vorletzte Nacht, da pünktlich um 0 Uhr, wenn du schlafen gehen willst, wird das Baby wach und ist dann bis 4 Uhr morgens wach. Heute Nacht war es zum Beispiel so, da war sie von 23 Uhr bis 3.30 Uhr, 4 Stunden 30 war sie wach. 3.30 Uhr habe ich mich ins Bett gelegt, bin ungefähr 20 Sekunden später eingeschlafen und 3 Stunden später hat der Wecker geklingelt. Gut, oder? Ja, aber dafür habe ich dann heute Mittagsschlaf gemacht. Ja, aber ja, das ist vom Baby abhängig. Aktuell ist Schlafen ein absolutes Luxusgut. Wie bist du so erfolgreich geworden? Was ist dein Tipp, um erfolgreich zu werden? Ich weiß jetzt nicht, ob du, ja, kann man vielleicht erfolgreich nennen, ja, okay. Ist ja die Frage, wie man Erfolg definiert, aber je nachdem, wie du Erfolg definierst, wie schaffst du es, die Ziele zu erreichen, die du dir vornimmst, so würde ich das jetzt definieren und, ja, das Wichtigste ist halt wirklich, dass du dir konkrete Ziele setzt, dir konkrete Schritte überlegst, was sind die 10 Schritte oder 20, wie viele auch immer es sind, die ich machen muss, um zu diesem Ziel zu kommen und da musst du halt dranbleiben, ne? Und auch wenn du Downphasen hast, musst du trotzdem jeden Tag wenigstens etwas dranbleiben und den nächsten Schritt gehen. Weil wenn du, das Ding ist, wenn du stehen bleibst, bleibst du nicht wirklich stehen. Diese Welt funktioniert so, dass wenn du stehen bleibst, ziehen alle anderen an dir vorbei, weil ja alle am Grinden sind, ne? Alle sagen sich hier, Grindset, Hustle Mindset. So, alle sind am Gas geben und wenn du stehen bleibst, fällst du zurück. Das heißt, zumindest etwas musst du machen. Ist leider so. Wenn du deine Ziele erreichen möchtest, musst du jeden Tag etwas dafür tun. Aber auch kleine Schritte sind Schritte. Also, ein kleines bisschen was zu machen, ist schon tausendmal besser, als gar nichts zu machen. Wirklich. Was sind deine liebsten Black Mirror Folgen? Boah, auf Anhieb würde ich sagen, Black Museum auf jeden Fall ist die beste Folge in der Serie. Boah, es gibt so 5, 6 oder 7 Folgen, die ich wirklich stark finde. Gefühlt gibt es in jeder Staffel eine oder zwei Folgen, die ich richtig gut finde. Ja, außer in der neuesten Staffel. Die fand ich eigentlich, ja eigentlich durchweg Schmutz. Also, ja, die besten Folgen aus der letzten Staffel sind in alten Staffeln die schlechteren Folgen gewesen. Sagen wir mal so. Bist du wirklich 30? Ja. Was hältst du von der aktuellen Jugendsprache? Ja, was soll man halten davon? Das finde ich schwierig zu beantworten. Ja, existiert halt. Was soll ich sagen? So, wie viel Zeit investierst du täglich ins Klavier? Boah, ich würde schätzen, halbe Stunde bis Stunde am Tag spiele ich Klavier aktuell. Aber auch wirklich jeden Tag. Also, es gibt keinen Tag, wo ich kein Klavier spiele. Vanivie, Dankeschön für fünf Gifte. Zaps, oha, vielen Dank. Fünf Küste gehen raus. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du gerne? Boah, ich wäre so gerne Adler, Digga. König der Lüfte, Bruder. Imagine, ich will jetzt von A nach B. Du machst einfach Oui und du fliegst einfach. Boah, Bruder, ich wäre so gerne Adler. Ich hatte ein älteres Video von dir gesehen, das aber schon fünf Jahre alt ist. Dort hast du Bücher vorgeschlagen. Sind die noch aktuell? Ja, sind sie immer noch. Also, die Top-Bücher finde ich, um in die Magie einzusteigen, immer noch große Kartenschule, Royal Road to Card Magic, Expert at the Card Table. Wenn du ein bisschen tiefer reingehen willst in die Magie, Strong Magic von Darwin Ortis und Expert Card Technique von Jean Eugard. Aber das sind so immer noch die Bücher, die ich am ehesten empfehlen kann. Lieber Weingummis oder Chips? Auf jeden Fall Chips. Chips sind mein Kryptonie. Der einzige Grund, warum ich nicht innerhalb von zwölf Wochen ultra-shredded bin, sind Chips. Das ist der einzige Grund. Ist es normal, wenn man bei Somnium Cards einen bestellt, dass dann zwei Pakete kommt? Nein, eigentlich nicht. Es kann sein, dass es irgendeinen Ausnahmefall gab und du hast einen Uncut-Sheet bestellt und irgendwas anderes. Und das Uncut-Sheet wird in so einer Rolle verschickt und das alles andere in so einem normalen Paket. Das kann sein, als Ausnahmefall, aber normal ist es nicht. Nein. Kannst du tanzen? Ich würde sagen, nein. Ich tue es trotzdem auf einer Feier. Wenn es eine Tanzfläche gibt, dann findet ihr mich da. Ich habe da Spaß dran und nehme mich nicht zu ernst. Aber ich glaube nicht, dass ich gut tanzen kann. Ich kann aber noch ein paar Standard-Tänze. Ja, also ich habe damals einen Tanzkurs gemacht. Also, den hier kann ich noch. Makobi hat bei Fool Us sein Act auf ein neues Level gebracht. Okay, dann schaue ich es mir an. Ich habe mir alle deine Videos angeschaut und bin begeistert. Lüge. Lüge. Niemals hast du alle meine Videos geschaut. Niemals hast du die Rätselstunden aus 2015 geschaut, wo ich so animiert habe. So ein Typ hat drei Eimer, muss irgendwie herausfinden, wie viel Volumen da reinpassen. Er hat zusätzlich eine Waage. Nicht eine Waage, aber er hat eine Wippe. Und er darf jeden Eimer immer nur einmal drauf. So, safe hast du die nicht gesehen. Lüge. Aber herzlich willkommen. Habe erst vor zwei Wochen angefangen. Ich habe Trick gezeigt. Die Leute waren begeistert. Auch der Skeptiker war sehr verblüfft. Nur den letzten Trick kannte er und hat ihn auseinandergenommen. Hat die Stimmung gekillt. War leider der Letzte, den ich kannte und zeigen wollte. Es tut mir so leid, dass ich Lüge gerufen habe. Aber lass dich davon nicht runterziehen. Das ist normal. Das gehört dazu. Dadurch lernst du. Aus dieser Erfahrung lernst du sehr viel. Dass du auch mal die Erfahrung hattest, einen schlechten Zuschauer, der nicht gut mitmacht. Du lernst damit umzugehen. Glaub mir. Was ist dein Lieblingssong von deinem neuen Album? Oh, ähm, ähm, Moment. Das finde ich gar nicht so einfach zu beantworten. Würde aber sagen, nur du. Influencer leben. Und wir wärmen die Nacht. Die drei. Dein Bart sieht aus wie der von Freddie Mercury. Also, ich glaube ja nicht. Gibt es eine Frage, die du gerne gestellt bekommen würdest, aber die gestellt wird? Ach, Google Eno. Diese Frage bekomme ich immer und sage immer, boah, da muss ich mir Gedanken zumachen. Ach, das ist so eine schöne Frage. Frage, aber ich weiß die Antwort immer nicht auf Anhieb. Eine Frage, die ich gerne gestellt bekommen würde, aber die keiner stellt. Boah, spontan vielleicht sowas wie, dass mich jemand fragt nach meinen künstlerischen Entscheidungen. Cool, dass du in dem und dem Song die und die Gitarre gemacht hast. Was hast du dir gedacht dabei? Was bedeutet das? Oder so künstlerische Gestaltung meiner Videos oder so. So dieses, dass sich Leute auch für die Mache interessieren und nicht nur für das Endprodukt. Ich glaube, das ist etwas, wo ich sagen würde, wenn ich diese Frage beantworten müsste, dann so. Aber es fehlt mir nicht. Es ist nur, wenn du jetzt schon fragst, ja, aber es fehlt mir nicht, dass es nicht passiert. So, weißt du? Hättest du Interesse daran, meinen Schachstream zu machen? Auf gar keinen Fall, weil ich viel zu schlecht bin dafür. Und ich habe das einmal gemacht. Und ich habe mich ultra gemobbt im Chat. Das will ich nicht nochmal machen. Ich habe mich so hart gemobbt. Ich schreibe aktuell an einem Drehbuch für einen Star Wars Fan Kurzfilm. Ich denke und hoffe, dass der Film 227, 28 fertig ist. Würdest du da im Stream drauf reacten? Ja, ich denke im Voraus, aber nur selten. Ja, würde ich auf jeden Fall. Sehr gerne. Welche Gitarre, Akustik, E und so weiter würdest du einem Pianisten, der schon einige Jahre spielt, empfehlen? Zu Minium, es kommt darauf an, was du machen willst mit der Gitarre. Also, wenn du klassische Gitarrenmusik spielen möchtest, dann empfehle ich dir eine Konzertgitarre, eine Nylongitarre. Wenn du für eher Popmusikrichtung oder eher rockige Musikrichtung deinen Gesang begleiten möchtest, würde ich dir eine Westerngitarre empfehlen. Wenn du wirklich Rockmusik machen willst oder Jazzmusik, dann brauchst du eine E-Gitarre. So, also es kommt darauf an, was du machen willst. Deswegen anhand dessen würde ich die Frage beantworten. Debbie, danke schön für fünf Gifte. Ich weiß nicht, was los ist aktuell? Gestern? Heute? Was ist denn? Vielen, vielen, vielen Dank, Freund. Ich weiß es sehr zu schätzen. Woher auch immer das jetzt kommt, aber dankeschön. Wenn ein Zauberer eine Münze hinter deinem Ohr findet, muss er dann Steuern draufzahlen? Ja, Zaubersteuer. Hi Matti, glaubst du, du wirst in zehn Jahren noch YouTube machen, weil du ja noch mit 40 auf den 30-jährigen Mathe reagieren wolltest? Ja, natürlich. Sonst würde ich das ja nicht so ansetzen, sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, die Plattform YouTube entwickelt sich, verändert sich, aber genauso ja auch die Zuschauer und genauso auch die Creator, alle entwickeln sich da gemeinsam. Ich denk, YouTube geht nirgendwo hin. Ich denk, in 10, in 20 und auch in 30 Jahren wird YouTube noch groß sein. Und ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehe ich mich auch mit 40 noch als YouTuber. Definitiv. Warum nicht? Hast du Allergien oder Unverträglichkeiten? Ja, aber das sag ich euch jetzt nicht, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das für irgendwas eine gute Sicherheitsfrage ist. Und ich hab keinen Bock, dass hier gerade den Chat Social Engineering betreibt mit mir. Einfach Passwort-Sicherheitsfrage. Deine Allergie. Hättest du mal Lust, ein Buch zu schreiben? Ja. Mati, spielst du auf einer Amp oder auf dem Plugin mit einer Soundkarte? Was jetzt genau? Sind die aktuell verfügbaren Somniodecks vom Papier und Finish her gleich oder gibt's da Unterschiede? Ja, die sind gleich. Also klar, minimal unterschiedlich ist es schon, weil Papier kommt vom Baum. Nicht jeder Baum ist gleich Baum. Und auch so andere Faktoren, die da mit reinspielen. Aber prinzipiell, das Papier und das Finish, die Art und Weise von allen Decks, die es gerade gibt, ist das Gleiche. Das B9 Finish mit dem Slimline-Stock. Habe heute meine Auszahlung von Lotto bekommen. Habe es mal ausprobiert, direkt in dich investiert. Wanni, wie ich hasse Glücksspiel. Ich hasse alles, wo für Glücksspiel steht. Aber spiel mir Lotto. Weiß jemand, wo ich in Deutschland Fool Us schauen kann? Fool Us kann man kostenlos schauen von den USA aus. Also du brauchst ein VPN. Du gehst über ein VPN in die USA und gehst dann auf die Seite von The CW, also The CW. So heißt der Sender, auf dem Fool Us läuft. Und da kannst du die Folgen dann kostenlos streamen. Verfolgst du die Eurovision Song Contests? Nee. Das letzte Mal habe ich den verfolgt, 2011. Und seitdem nicht mehr. In der Kindheit war das eine ziemlich große Sache. Also ich erinnere mich noch an den 2004. Da saßen wir alle vorm Fernseher und ich durfte auch länger wach bleiben. Und ich war ja 10. Das war so voll groß. Und dann wurde es irgendwie immer kleiner, kleiner. 2010 hat Deutschland dann gewonnen. Da war dann wieder Ultra-Hype. 2010 habe ich mega aktiv mitverfolgt. 2011 dann auch noch. Und dann schlagartig kein Bock mehr. Ab 2012 habe ich nicht mehr geguckt. Lebst du von YouTube und Shop und so weiter oder hast du noch einen anderen Job? Nee. Ich bin seit, ich kann dir gerade gar nicht sagen, wie viele Jahre, bin ich selbstständig. Also ich habe nach dem Studium mich selbstständig gemacht und nie irgendwo als Angestellter gearbeitet. Sondern mein ganzes Erwachsenenleben lebe ich, ja, von mir, von YouTube, meinen Markenshops und so weiter. Genau. Nee, das ist aber auch ein Vollzeitjob. Also hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht Tobi als Cutter mit an Bord und immer wieder hier Unterstützung von dem und von dem und ein tolles Versandteam und so weiter. Also hätte ich keine Partner an meiner Seite, dann das wäre eine, keine Ahnung, 120-Stunden-Woche. Das wäre impossible. Okay, das wäre actually nicht impossible. Aber dann dürfte ich halt nicht schlafen und keine Freizeit haben. Aber ja, also, das wird nicht gehen, Alter. Das wird gar nicht gehen. Was ist dein bisher schönstes Erlebnis oder schönster Moment im Leben? Da brauche ich gar nicht lange nachdenken. Das ist die Geburt meiner Tochter. Der Tag, da wird, glaube ich, nie wieder irgendwas anderes rankommen. Ich glaube, nicht mal die Hochzeit wird da rankommen. Ganz ehrlich. Aber das ist auch okay. Weil das ist, das muss man selbst erlebt haben. Ich kann es euch nicht in Worten beschreiben. Ich habe versucht, mal es in Musik zu beschreiben. Und auch das geht nicht. Ihr müsst es selbst erleben. Macht selbst Kinder einfach nur, damit ihr einmal das Feeling habt. Nur fürs Feeling. Und dann seid schlechte Eltern und vernachlässigt die. Aber fürs Feeling. Was war der Gedanke hinter dem Namen Animus? Animus ist das lateinische Wort für die Seele. Und was genau ich damit meine bei genau diesem Album und vom Timing. Und was weiß ich alles. Das überlasse ich eurer Interpretation. Warte. Ich habe vorhin extra die Zweitcam eingerichtet. Weißt du? Extra hier noch so ein bisschen hübscher. So. Und das Licht und alles. Damit ich so ein bisschen switchen kann. Damit ihr so ein bisschen Abwechslung habt in der Perspektive. Ich habe die noch nicht ein einziges Mal benutzt. Ja. Streamen wir doch in der Perspektive weiter, oder? Hallo. Ihr da hinten. Ich dachte so, es ist vielleicht mal wieder ganz cool so für die Abwechslung. Damit ihr die ganze Zeit nur meine Fresse ertragen müsst. Sondern auch hier so ein bisschen meine ekelhafte Stinkesocke betrachten dürft. Dankt mir später. Und ja, das da hinten ist übrigens ein Laufband. Ich habe mir jetzt so ein Laufband für unterm Schreibtisch geholt. Und das funktioniert echt krass. Mein letztes Video habe ich geschnitten. Und habe in der Zeit, vom Grobschnitt, bin ich drei Kilometer gelaufen. Die ich sonst einfach so auf dem Arsch gesessen wäre. Voll cool. Was sind deine künstlerischen Entscheidungen? Cool, dass du in dem Song die und die Gitarre gemacht hast. Welche? Perfekt. Hast du noch OG Shadow Decks? Ja, aber nur noch ganz wenige. Weniger sogar noch als von Blizzard. Wie bist du auf die Idee, mit denen die ganze Wahrheit hinter Videos gekommen? Also da wirklich so ein festes Format draus zu machen. Soll ich euch mal was sagen? Auf die Idee bin ich durch einen... Ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Hater gekommen. Und zwar bin ich in Blackpool gewesen. Da ist die größte Zauberermesse der Welt. Da bin ich jetzt drei, vier Mal gewesen. Und in einem Jahr, als ich da war, hat mich jemand konfrontiert, der eine sehr negative Meinung zu mir und meinem YouTube-Kanal hat. Und der meinte, jetzt mal ganz ehrlich, hör mal auf Tricks zu verraten. Mach doch mal lieber Videos, wo du die größten Zauberer der Geschichte vorstellst. Mach doch mal sowas. Wie wär's damit? So, dann gibst du den Leuten auch einen Mehrwert. Ja, perfekt. Wahrscheinlich sind meine anderen Videos kein Mehrwert. Deine Mutter. Aber das ist hängen geblieben. Und irgendwann hatte ich Lust, neue Formate zu probieren. Und hab ein, zwei Videos in der Richtung probiert. Das war einmal David Copperfield und Penn und Teller. Und das hat mir Spaß gemacht. Aber das war noch nicht so ein festes Format irgendwie. Aber ja, ich hatte dann immer wieder an die Worte von diesem Typen gedacht. Und ja, das wär eigentlich schon cool. Also es gibt schon viele Zauberer, die spannende Lebensgeschichten haben, die man halt auch erzählen kann. Und so bin ich da dann irgendwie hingekommen zu diesem Format. Ja. So, jetzt bin ich hier gerade bei den fünf Gifted Subs von Debbie. Die waren vor zehn Minuten. Okay, ich bin zehn Minuten hinterher. Ich schaff das. Wie findest du die Songs von Abba? Boah, Kindheit. Abba ist iconic, Alter. Abba haben meine Eltern sehr gerne gehört früher. Und deswegen bin ich da aufgewachsen mit auf Schallplatte, Bruder. Junge, Junge, Junge. Das ist, also das, ich glaub, ich würd heulen, wenn das noch einmal wäre. Ich sitz im Wohnzimmer bei meinen Eltern und mein Papa legt ne Schallplatte auf mit Abba. So, damit geht's los. Oh, Junge. Dann geht's los und meine Eltern tanzen so dazu. Oh, Bruder, ich würd heulen, Alter. Nee, richtig Nostalgie. Dieser Sound einfach. Oh, Junge. Mal überlegt, statt auf Twitch auf anderen Plattformen zu streamen. Ja, letztes Jahr hab ich sogar wirklich immer und immer mehr drüber nachgedacht, auf YouTube zu wechseln. Weil Twitch ja auch einige seltsame Entscheidungen getroffen hat. Aber die haben ja auch wieder vieles davon zurückgezogen. Aktuell bin ich eigentlich wieder ganz glücklich hier auf Twitch. Und es wäre halt mit sehr viel Stress und Nasenbluten verbunden zu wechseln. Es hätte sehr viele Negativpunkte. Bearbeitest du die Gitarre deiner Lieder eigentlich zum Beispiel mit einem Pedal oder so? Oder sowas wie ein Helix. Ich hab einen Gitarrenverstärker, der digital ist. Das heißt, ich kann an meinem Verstärker die Gitarre so einstellen, wie ich sie haben will. Und der Verstärker hat einen digitalen Ausgang. Damit geh ich hier in mein Audiointerface, was ich mit meiner fetten Plauze verdecke. Ah, das Stream Deck verdeckt ist auch. Perfekt, ist ja auch egal. Genau, damit geh ich dann ins Audiointerface und kann dann darüber die Sounds so einstellen, wie ich sie haben will. Werden wir dich mal wieder bei Among Us antreffen? Nö, auf gar keinen Fall. Ist echt nicht mein Game, ne? Ich bin im Überlegen, ob ich mir Instagram runterladen soll. Könntest du mir eine Meinung dazu geben? Du hast ja auch Insta, oder? Ich würde dir auch folgen. Ja, Silas, abseits von deinem Follower, über das ich mich natürlich freuen würde. Steuerprofi, danke für 19 Monate Resub. Vielen Dank. Ja, weiß ich nicht, ob ich dir das jetzt empfehlen soll oder nicht. Also, ich benutze Instagram sehr gerne, um mich zu connecten mit meiner Community. Und dafür ist es auch ganz nice. Also, wenn du dich gerne mit anderen Menschen connectest, auch mit irgendwelchen größeren Creatoren oder so, oder auch kleineren. Ist schon ganz cool. Aber ich gucke jetzt nicht Insta-Reels oder so. Also, der Content, der da so ist, den finde ich jetzt nicht so sonderlich spannend. Aber ich finde es ganz cool zum Connecten. Aber dafür bräuchtest du theoretisch nicht unbedingt Instagram. Aber ja, also, kannst du es ja mal ausprobieren und gucken, ob es dir gefällt. Hast du Serien- oder Filmvorschläge? Ja, tausende. Die kannst du dir auf dem Matti-Kanal gerne anschauen, die Videos. Geh auf YouTube, gib einem Matti-Filme oder Matti-Serien. Und dann findest du meine Talks darüber, was so meine Liebsten sind, die ich am ehesten empfehlen kann. Ansonsten, was jetzt neu dazugekommen ist, was ich in den Videos nicht sage. Auf Netflix empfehle ich dir den Film Bullet Train. Das ist einer meiner absoluten Favorites aktuell. Und Serien, die ich zu dem Zeitpunkt der Talks damals noch nicht geguckt habe, da empfehle ich dir The Rookie. Das ist eine sehr coole Polizeiserie. Würdest du dir ein Tattoo stechen lassen? Nö, ich würde sagen nein. Nö, ich hab's jetzt 30 Jahre ohne Tattoo geschafft. Ich schaff's auch weiter ohne. Was sagst du zum eventuellen Stefan Raab-Comeback? Also klar, Raab war ein großer Teil meiner Kindheit und Jugend, logisch. Deswegen für die Nostalgie ist das natürlich mega cool. Letztenerf, danke für 33 Monate Re-Sub. Andererseits ist halt immer, ich find's immer doof, wenn ein Kapitel perfekt zu Ende geht und dann wird's zehn Jahre später doch wieder aufgemacht. Hier mit dem Film Logan 2017 war das Wolverine-Thema perfekt beendet. Und jetzt kommt er doch wieder. Klar ist das cool. Man freut sich, die Person wieder zu sehen in dieser Rolle so. Aber es ist halt doof. Ja, dann ist dieses Ende, das es ja gab, kein Ende mehr. Und damit ist die ganze besondere Bedeutung davon weg. Das ist so immer meine Meinung dabei. Und so ähnlich geht's mir auch mit dem Stefan-Raab-Thema. Ich denk sowieso, das Ganze wird eine riesige Promo-Aktion sein für, keine Ahnung, vielleicht bringen die einen neuen Sender oder einen neuen Streaming-Dienst oder sowas. Und ich denke, das ist so die Promo dafür. Das kann ich mir gut vorstellen. Und die Geburt von einem weiteren Kind könnte schöner sein? Nö. Safe nicht. Warum sollte die Geburt vom zweiten Kind, also wo ich bei der Geburt dabei bin, so als biologischer Vater, warum sollte das dann plötzlich... Oh, das ist noch so viel magischer! Ja, das war zwar das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas gesehen habe, aber jetzt ist das so viel besser! Nee, glaub ich nicht. Ähm, aber wie gesagt, ist doch gar nicht das Interesse gerade da. Hast du vor, zu heiraten? Ja, ich bin verlobt. Uh, Stinke-Socke. Oh ja, gönnt euch! Du musst mal das Baby drauf krabbeln lassen. Ist sehr funny. Auf dem Laufband? Hab ich schon. Hi, ich hab in den letzten zwei Jahren 20 Kilo abgenommen, bin gerade dran, etwas Muskeln aufzubauen. Respekt! Weiter so! Ich hab auch 20 Kilo runter. Immer weiter! Hast du einen Tipp, um nach dem Training... Also, ich bin gerade dabei, etwas Muskeln aufzubauen. Hast du einen Tipp, um nach dem Training Endorphine zu merken? Ich fühl mich irgendwie dann immer K.O., aber nicht stark, geschweige denn happy. Wolkenbruch, da müsste man jetzt natürlich genauer gucken. Was hast du für einen Trainingsplan? Wie hart trainierst du? Wie viele Sätze und Raps machst du? Wie oft gehst du ans Muskelversagen? Und so weiter. Vielleicht, so wie du es jetzt beschreibst, kann es sein, dass du vielleicht sogar schon zu viel machst, nicht genug Regeneration hast und zu hart trainierst. Manche, ja, gibt es auch. Die meisten trainieren nicht ansatzweise hart genug, aber es gibt auch Leute, die meinen es zu gut und trainieren zu hart. Es kann sein, dass das bei dir der Fall ist und du dann einfach nur noch todmüde bist und gar nicht mehr so dieses, dass du dich danach gut fühlst, hast. Was ich dir empfehlen kann, wenn du an dem Punkt jetzt bist, mach mal eine Deload-Woche. Mach mal eine Woche lang. Du trainierst weiter, aber reduzierst die Sätze und auch die Gewichte auf 70% runter. Probier das mal aus. Wenn du vorher 5 Sätze Bankdrücken gemacht hast mit 100 Kilo, dann mach jetzt nur noch 3 Sätze mit 70 Kilo. Ja, damit gehst du natürlich nicht ans Muskelversagen, aber mach das mal eine Woche lang und nach dieser Deload-Woche, dann gehst du wieder auf die alten Gewichte und erhöhst langsam das Volumen. Du fängst mit einem niedrigen Volumen an, weniger Sätze, als du vorher gemacht hast. Also du nimmst wirklich diese Satzzahl aus der Deload-Woche und dann erhöhst du Woche für Woche langsam wieder die Sätze und guckst, wie fühlst du dich nach welchem Training, wo ist der Punkt, wo du noch Fortschritt machst und wo ist der Punkt, wo du gar keinen Fortschritt mehr machst, sondern stagnierst. Dann weißt du, das war zu viel Volumen. Das hat mir ganz gut geholfen, ein bisschen alles reduzieren, weil ich monatelang nicht mehr weiterkam. Also ich konnte die Gewichte nicht mehr erhöhen und auch nicht eine Rep mehr. Jetzt ist es wieder, weil ich umgestellt habe, jetzt kann ich mich wieder Woche für Woche steigern. Aktuell steigere ich mich sogar von Training zu Training. Also ich habe im gestrigen Training in jeder Übung sogar bei fast jedem Satz eine Wiederholung mehr geschafft als beim vorletzten Training. Das ist krass. Also ich habe jetzt wieder den Sweet Spot gefunden, wo ich wieder passend regeneriere und mich steigern kann, was ich jetzt monatelang nicht hatte, weil ich tatsächlich zu viel gemacht habe. Ich hatte zu viel Volumen. Und jetzt habe ich meinen Trainingsplan verändert, den Split geändert und ja, jetzt geht es wieder besser. Random Frage, aus welchem Holz ist deine Tischplatte? Ähm, ich glaube Ahorn, wenn ich mich nicht irre. Was zockst du momentan am liebsten? Ob ihr es glaubt oder nicht, Fortnite. Junge, wir suchten so hart Fortnite aktuell, ne? Jeden Abend, ist wirklich aktuell, Stream ist zu Ende, 22 Uhr. Ich gehe runter in die Küche. Roxy kommt aus dem Keller, da ist ja ihr Streamingzimmer, kommt hoch in die Küche. Wir treffen uns in der Küche, machen uns was zu essen, quatschen kurz und sagen, okay, wir treffen uns in Grand Glacier oder in Brawlers Battleground und dann geht sie runter, ich gehe hoch, zack, rein in Fortnite, mein Bruder Tobi vielleicht noch mit dazu oder der Lulmini und dann rein da. Oder auch Daniel, Giga, Chad und Ramona und dann ballern wir wirklich einfach ein paar Stunden lang erstmal die Bad Guys weg, bis es dann ins Bett geht und dann wird das Baby wach und der Kreis schließt sich. So ein Ding ist das. Ich muss sagen, ich trickse sehr gerne und ich sammle Karten, aber so richtig Tricks, Tricks performen mache ich nicht. Mal so eine Prediction mit Forst, klar, aber keine Storytricks. Ich finde die Videos jetzt so viel besser. Ähm, du meinst, weil du so Casual-Zauberer bist, findest du meinen neuen Content in der letzten Zeit besser als früher, weil es früher mehr Nerd-mäßig war, also Zauber-Nerd. Verstehe ich dich richtig? Weil falls ja, cool, dann habe ich auch dich damit abgeholt, genauso wollte ich es auch haben. Schaust du Detektiv Conan eigentlich auch? Früher ultra gesuchtet, aber aktuell nicht, nee. Aber ja, früher, ähm, hab ich, boah, also alle Folgen, die es in der deutschen Synchro gab, die hatte ich erstmal geguckt und dann irgendwann realisiert, krass, die haben einfach irgendwann aufgehört, die zu synchronisieren. Dann habe ich die auf Japanisch weiter geguckt mit Untertiteln. Boah, Junge, ähm, ich weiß gar nicht, wie weit. Aber eh, nicht zu Ende Ende. Ich glaube, ist die Serie überhaupt ganz zu Ende? Nö, oder? Ich glaube, die ist nie zu Ende gegangen, wa? Verdienst eigentlich Geld mit deiner Musik? Ich mache tatsächlich Minus mit meiner Musik. Also ich zahle eine Gebühr, damit meine Songs auf den ganzen Streaming-Diensten sind. Und das, was wieder reinkommt an Geld durch die Streams, ist weniger als die Gebühr. Also ich mache Minus. Aber es ist mir wichtig, dass ihr meine Musik hören könnt und deswegen ist es mir das wert. Zockst du Ghostrunner 2 irgendwann noch fertig? Ja. Wie kommst du auf deine Songtexte? Ich bin selber seit 8 Jahren Pianist. Oh, guck mal, Guglino, das ist genau, das ist genau die Frage. Da ist er. Da interessiert sich jemand für den Prozess und nicht fürs Endprodukt. Wie kommst du auf deine Songtexte? Ich bin selber seit 8 Jahren Pianist, habe 2 Lieder auf Piano komponiert. Ich kriege es nie hin, einen Text dazu zu schreiben. Irgendwelche Tipps. Niklas, ich bin jetzt auch nicht so der krasse Texter. Ich schreibe einfach nieder, was ich fühle in dem Moment, während ich die Musik komponiere. Also bei mir ist immer erst Musik und dann Text. Aber nicht fertige Musik, sondern ich habe eine Idee für eine Melodie oder sogar nur eine Idee für eine Begleitung. Erstmal habe ich eine musikalische Idee und dann schreibe ich mir einfach auf, was fühle ich gerade. Welches Gefühl hat mich dazu bewegt, diese Melodie zu komponieren? Das schreibe ich erstmal einfach auf. Und zwar war das jetzt zum Beispiel beim letzten, das, was ich euch gestern gezeigt hatte, dieser Song über Familie. Ich habe halt diese Melodie komponiert und die Begleitung dazu und habe dabei gefühlt, dass ich währenddessen so an meine Familie denke. Wie sich das so anfühlt, Vater zu sein und auch, wie es damals war, Sohn zu sein und Bruder zu sein und so. Ja, wie sich das so anfühlt. Und darüber habe ich so sehr viel nachgedacht, während ich das komponiert habe. Und dann habe ich das einfach aufgeschrieben. Einfach so ein paar Gedanken dazu mir aufgeschrieben. Und zum Beispiel einen Satz, den ich gar nicht in den Text eingearbeitet habe, aber der Text ist um diesen Satz herum entstanden. Ein Satz, den ich aufgeschrieben habe, war, in meiner Familie fühlt sich der Alltag an wie Urlaub. Und das trifft es eigentlich am ehesten für mich. So dieses Feeling, ich bin da, wo ich immer sein wollte. Ich bin an einem Punkt, wo sich selbst mein Alltag wie Urlaub anfühlt, weil es einfach so schön ist. Klar hast du auch die ganz nervigen Sachen und negative Punkte und so. Aber so. Und das ist so dieser Satz, der diesen Song für mich beschrieben hat. Und anhand dessen, aufgrund dessen, daran habe ich mich dann sozusagen entlanggehangelt und den Text geschrieben. Ich hatte euch das Lied ja gestern vorgesungen. Genau, so kam ich dann auf den Refrain. Wo Leben beginnt und Liebe nie endet, wo du Schritte erkennst am Klang auf der Treppe, wo du die Menschen magst, die dir auf die Nerven gehen. Dort ist Familienleben, wo dein Herz nach Hause geht. So bin ich halt darauf gekommen. Das ist jetzt nicht der heftigste, diepeste Text ever. Aber muss es ja auch nicht. Das ist das Schöne in der Kunst. Sie muss ja nicht mal anspruchsvoll sein. Sie kann auch leicht verdaulich sein. Wichtig ist ja nur, dass die Message ankommt. Und dass es was auslöst, bei dem, der es hört. Was ist dein Lieblings Holy Energy? Der Piranha. Ganat-Afri-Piranha. Raspberry Raptor. Und der ganz neue, hier die Grapefruit-Giraffe. Die ballere ich auch echt jeden Tag aktuell rein. Kann man verlobt sein, ohne die Absicht zu heiraten? Also, du bist ja verlobt, wenn du jemanden fragst, willst du mich heiraten? Und dann die Antwort ja kommt und man dann plant zu heiraten. Dann ist das, das ist die Definition von verlobt sein, oder? Oder spinne ich? Zwischendurch danke an die Mods, uns bleibt eine jede Menge Müll erspart. Absolut, ja. Ich sehe ja, ich sehe ja die Nachrichten, die die Mods auch löschen oder die Leute, die gebannt werden, getimotet werden und so. Ich sehe das ja. Ich habe ja die Mod-Ansicht sozusagen. Oh, Junge. Danke, Mods. Wie immer, danke euch. Hast du mal Hogwarts Legacy gespielt? Nee, aber ich bin auch überhaupt kein Harry-Potter-Typ. Ich habe eine Idee, könntest du es so machen wie die Autogrammkarte, dass man sich den Mod-Status kaufen kann? Hey, Morty, kannst du es machen, dass ich mir das Recht kaufen kann, deinen Chat zu verwalten, Leute für immer zu sperren, sodass sie nie wieder deinen Stream schauen können? Kann man sich das kaufen vielleicht? Nee, tatsächlich nicht. Welches Karte kannst du am Tisch liegen? Eden Edition, Prestige Edition, Nocturne Edition? Äh, Moon Edition. Sorry, jetzt habe ich die verwechselt, Louis. Wenn du das liest, ist 21.20 Uhr. Ich bin nur noch sechs Minuten in der Vergangenheit. Ich schaffe das. Frage, woran merke ich, dass ein Kart-Deck offiziell poop ist? Muss das erst zusammenkleben oder nur aus flatterigen Beulen bestehen? Wenn du halt merkst, du kannst das, was du damit machen willst, nicht mehr so flüssig und smooth machen, wie du es sonst könntest, dann weißt du, okay, dann ist das Deck nicht mehr so nice. Hast du das Design von den Shaker selbst entworfen oder war es die Idee von Howdy? Nee, das habe ich tatsächlich selbst gemacht. Ist jetzt nicht sonderlich aufwendig mein Logo und Pikherzkreuz Karo drumrum und halt die Farben habe ich ausgewählt. Ich habe es so, also im Prinzip den Ausschnitt habe ich Howdy geschickt und gesagt, bitte mit rotem Deckel und schwarzem Deckeldeckel und schwarzer und transparenter Becher. So habe ich denen das dann geschickt und dann haben die einen Entwurf zurückgeschickt. Deren Designer haben es dann nochmal ein bisschen schick gemacht sozusagen und ja, aber designt habe ich den sozusagen. Aber ja, ist wie gesagt kein großer Aufwand. Ich mag deinen Style heute so richtig, siehst gut aus. Dankeschön Lars, das ist ein weißes T-Shirt. Aber ja, ich habe diesen T-Shirt-Schnitt jetzt auch für mich entdeckt. Das Tolle daran ist, der zeigt nicht so viel von meinem Körper. Ich habe halt früher immer sehr gerne Figur betont getragen, als ich eine gute Figur hatte. Da wurde meine Figur schlechter und schlechter und die Figur betonten Sachen haben das gut rausgestellt. Aber es ist schwierig, einen guten Schnitt zu finden, der deinen Körper versteckt, aber nicht gleich aussieht wie ein Kartoffelsack, weißt du? Und die T-Shirts, mit denen bin ich jetzt so sehr zufrieden. Die verstecken das so sehr gut, ob ich mich jetzt in meinem Körper, ob ich einen Tag habe, wo ich mich gut fühle oder einen Tag habe, wo ich mich schlecht fühle. Die verstecken das ganz gut, aber sehen dabei trotzdem stylisch aus. Das finde ich ganz nice. Aber ja, ich werde zufriedener und zufriedener. Das wird schon besser und besser. Jetzt ist April. Ich hatte jetzt mein Ziel, mein erstes Ziel hatte ich verfehlt, aber nur etwas. Mein erstes großes Ziel war, bis zu meinem 30. Geburtstag wollte ich runter auf 95. Gestartet habe ich ja bei, nee, als ich das Ziel definiert habe, war ich bei 107. Und ich wollte runter auf 95. Ich habe es bis 100 geschafft. Also seit Januar hatte ich dann 7 Kilo abgenommen. Ich habe es nicht ganz geschafft auf 95, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt ist mein neues Ziel bis 1. August 90 Kilo. Und das muss ich schaffen, Digga. Wenn ich das habe, Bruder. Boah, ihr glaubt nicht, wie gut ich aussehen werde bei 90 Kilo, Alter. Ah, das wird gut. Was würde der 30-jährige Mati dem 10- und 20-jährigen Matis sagen? Die Frage habe ich mir auch schon gestellt und tatsächlich mache ich dann Video zu auf dem Mati-Kanal. Das wird dann nicht aus dem Stream sein, weil da möchte ich mir wirklich ein paar Gedanken machen und ein Skript schreiben. Aber ja, das wollte ich auf jeden Fall noch machen demnächst. Ich schreibe ein paar Gedanken auf so der 30-jährige Mati, gibt seinem 20-jährigen Mati Tipps. Also ich bin noch am überlegen, wie ich das mit Titel und Thumbnail darstelle. Aber die Idee ist so, Dinge, die ich mit 20 gerne gewusst hätte. Irgendwie so. Ja. Daniel, muss man in den Stream kommen, der Giga-Chat? Ja, das hatten wir tatsächlich wirklich mal aus Joke überlegt, das letzte Mal, als wir uns gesehen hatten, an meinem Geburtstag. Da waren wir echt am überlegen, boah, eigentlich müssen wir jetzt einen Stream anschmeißen. So in der Runde, das ist gerade so lustig alles gewesen. Boah, eigentlich jetzt einen Stream anschmeißen, ne? Giga-Chat-Face-Reveal wäre schon lustig. Aber nee, ich glaube, das ist wieder so dieses Never-Meet-Your-Heroes-Ding. Er muss ein Mysterium bleiben, weißt du? Weil dann ist es wieder, dann seht ihr, er ist ja ein Mensch. Und das geht nicht. Er muss ja eine Gottheit bleiben. Deswegen, äh, eigentlich darf das nicht sein mit Face-Reveal hier. Wie entscheidest du eine Tonart für einen neuen Song? Guck mal, jetzt kommen die ganzen Fragen. Ähm, wie entscheide ich die Tonart? Äh, ich weiß nicht. Ich spiele einfach in einer Tonart und merke, oh, das hört sich gerade gut an. Und das Ding ist, dann merke ich, okay, wenn ich das jetzt in eine andere Tonart transponiere, hört sich das nicht mehr so gut an. Das Feeling ist ein anderes. Das ist so die Resonanzen vom Klavier und die Frequenzen und was weiß ich. Irgendwie, nee, nur in der Tonart klingen die Akkorde genau so gerade, wie ich es haben will. Und dann bleibe ich in der Tonart. Aber tatsächlich ist der ausschlaggebende Faktor dann auch, ähm, meine, meine Singlage und die, also die Lage der Melodie passend dazu. Was macht dir am meisten Spaß? Zaubern YouTube, Twitch oder Musik? Boah, ähm, was heißt am meisten Spaß? Oh, lass mich nachdenken. Oh, es macht mir alles riesige Freude. Ich würde es ja alles nicht machen, wenn es mir nicht ultra die Freude bereiten würde. Ich glaube, Spaß habe ich am meisten auf Twitch. Spaß, Spaß jetzt auf Twitch und beim Zaubern. YouTube-Videos zu machen ist einfach unglaublich cool. Da tobe ich mich kreativ aus. Aber das ist jetzt nicht vor allem Spaß, sondern vor allem, ich kann viele Menschen erreichen mit einer Message, die ich senden will in die Welt, weißt du? Und Musik ist so erfüllend. Also da kann ich die Sprache meiner Seele sprechen. Ich weiß, das klingt ganz weird jetzt, aber so, das ist so, so kann ich was in mir ist nach außen transportieren auf eine künstlerische Art und Weise und kann gestalten und es bereitet mir Freude und Erfüllung und Gänsehaut und aber nicht per se Spaß im Sinne von, wie wenn ich jetzt ein Spiel spiele, diese Art Spaß. Ich glaube, das bereitet mir am ehesten dann schon Twitch oder halt wirklich auch jemandem Zaubertricks vorzuführen. Aber es macht mir halt alles riesige Freude. Sonst würde ich es nicht machen. Was mir keine Freude macht, mache ich nicht. Werde ich inspiriert für Musik? Meine Eltern. Kennst du das manchmal als Musiker, wenn man einen Song hört, dann auf einmal einen gewissen Sound raus hört und dann immer, wenn man den Song danach wieder auf diesen Sound achtet? Ja. Guckst du noch Anime? Selten, aber ja. Was ist besser, E-Gitarre oder Klavier? Klavier. Du hörst dich so krass an wie Stefan Rapp, wenn du Oda sagst. Ja, das Ding ist, das habe ich mir halt angewöhnt irgendwann, ne? Ich habe es halt als Meme auch in meine Videos immer wieder eingebaut gehabt, diese Oda. Und ich habe es mir irgendwann angewöhnt. Das ist halt auch so ein Tick von mir, auch so eine Leidenschaft von mir, die ich mit meinem Bruder Tobi, die wir schon seit Kindheit anteilen. Das war immer so unser Ding, halt beobachten und imitieren, ne? Ja, einfach Leute parodieren und imitieren, Stimmen nachmachen und auch so einzelne Mannerismen. Macht halt ultra viel Spaß. Das war, glaube ich, immer so das Ding, wo wir dann endgültig uns dann immer so als die Klassenclowns sozusagen etablieren konnten, innerhalb der Familie, der Verwandtschaft, der Freundeskreise und so. Wenn du dann einen gemeinsamen Kumpel einfach gerade nachmachst, der gerade nicht da ist, sondern sagst, oh schade, dass der heute nicht da ist. Denn wenn er jetzt hier wäre, dann hätten wir ganz viel Spaß. Und alle wissen das halt und das ist halt lustig so. Ich weiß auch nicht. Aber ja, Stimmen imitieren und so macht einen großen Teil in meinem Leben aus tatsächlich, ja. Hast du Dune Part 2 gesehen? Ne, noch nicht. Wie kann man Leute ewig vorm Stream sperren? Man kann sich ja einen neuen Account machen, theoretisch. New Fan4U, Nutzer, der eine Sperre umgeht. Unter Beobachtung, Twitch erkennt das, wenn ihr einfach, wenn ihr gebannt seid und dann einfach einen neuen Account erstellt. Bro, das war ein bisschen verräterisch jetzt. Wie kann man Leute ewig vorm Stream sperren? Und naja, eigentlich muss ich dich jetzt bannen, weil du anscheinend ein gebannter User bist und Twitch erkennt das, dass du ein gebannter User bist. Und vor allem hast du dich jetzt auch noch geoutet, weil du so fragst, man kann ja einen neuen Account machen, theoretisch. Ich meine, so. War rein aus Interesse, wurde nie gebannt. Aber warum sagt Twitch dann, dass du ein User bist, der eine Sperre umgeht, Kollege? So, wann hast du denn deinen Account erstellt? Am 11. Januar 2024 erstellt. Umgangene Sperrebeobachtung. Dieser Nutzer wurde am 16.04. vom Systemarket, weil er wahrscheinlich eine Sperre umgeht. Ha, ist interessant. Die Leute von Snapchat hatten recht. Weißes T-Shirt, Jeans, bestes Outfit. Das ist eine Jogginghose und keine Jeans. Ah, verdammt nochmal. Matti, was ist die schwerste Kartentechnik? Für mich Classic Pass, glaube ich. Ist die erste, die mir einfällt. Wo bekommt man Klaviergrundwissen her? Hätte keine Ahnung, wie man einen C-Major-7-Akkord bilden würde. C-E-G-H. Das ist halt grundlegende Musiktheorie. Die lernst du im Musikunterricht in der Schule. Die lernst du an der Musikschule. Die kannst du aber auch dir selber aneignen. Also eigentlich, was du nur lernen musst, ist, wie man Akkorde bildet. Du musst den Quintenzirkel können, weil dann weißt du, in welcher Tonart brauchst du welche Akkorde. Und das war es eigentlich fast schon. Hauptsächlich, wenn du Musik komponieren willst, musst du dich mit Akkorden auskennen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Was ist dein finales Gewichts-Goal? Ich denke, ich werde mich realistischerweise langfristig um 90 Kilo einpendeln. Wenn ich es irgendwie mal auf 85 runterschaffen sollte, wäre schon krass. Aber meine Prediction ist, am besten werde ich mich fühlen bei 90. Alles, um unter 90 zu kommen, das hatte ich vor ein paar Jahren einmal unbedingt als Ziel. Da wollte ich unbedingt unter 90. Das war mit so viel Arbeit verbunden und so viel Verzicht, dass es mir das nicht wert ist. Ich werde in meinem Leben nicht ultra shredded mit Sixpack bla 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 rumrennen. Aber brauche ich auch nicht, weil das sowieso kein angenehmer und gesunder Zustand ist. Dafür müsste ich zu viel aufgeben, was ich nicht aufgeben will. Aber ich baue gerade ganz gut Muskeln auf, verliere auch langsam Fett. Und da bin ich auf einem guten Weg. Und ich habe ja noch viel vor mir. Frag mich in einem Jahr nochmal. Kannst du das mit den Schnitten und dem Video im Stream machen? Wäre cool. Du meinst, dass ich ein Video im Stream drehe und schneide? Wenn ihr das spannend findet, könnte ich machen. Ich könnte mit der Cam, ihr seht ja da hinten meinen Videodreh-Hintergrund, ich könnte mit der Cam mal einen Dreh streamen und dann den Schnitt streamen. Aber ich weiß nicht, ob das so spannend ist für euch, ehrlich gesagt. Kannst vielleicht öfter Fortnite spielen. Ah, das wird nicht so gern geguckt on stream. Das ist so ein bisschen das Problem. Könntest du finanziell gesehen jetzt schon in Rente gehen? Nein. Hätte ich gerne, das war als ich 25 war, mein Ziel, dass bis ich 30 bin, ich ausgesorgt habe. Das wäre auch der Fall, hätte ich dieses Haus nicht gekauft. Hätte ich das Haus nicht gekauft, dann hätte ich jetzt eventuell ausgesorgt. Aber, äh, nee. Aber dafür haben wir jetzt ein sehr großes Haus, ein sehr großes Grundstück, wo meine Familie jetzt ein Leben lang glücklich sein kann. Und auch Nachkommen der Nachkommen können ihr glücklich werden. Wenn du einen Text geschrieben hast, wie kommst du auf die Art, wie du den singst? Welche Töne, bei welcher Silbe, bei welchem Wort? Du meinst, wie die Melodie entsteht? Das entsteht vorher. Also, ich schreibe einen Text, der auf die Melodie passt und nicht andersrum. Ja, also erstmal, allem voran habe ich einen Akkord und eine dazu passende Melodie. So habe ich Musik im Kopf. Wo in deinem Haus hast du Kartendecks verteilt? Oh, Bruder, überall, ne? Wirklich überall. Also, ähm, in einem Schrank da hinten, der ist jetzt out of frame, den seht ihr in der Cam nicht, sind sehr viele. In dem Schrank, komplett in allen drei Schubladen sind Kartendecks. Äh, im Wohnzimmer sind einige. Äh, in allen Kinderzimmern, weil die alle auch irgendwann mal Sommunodecks von mir geschenkt bekommen haben. Ähm, bei Roxy im Keller. Ja, und lustigerweise auch in dieser Kiste hier. Ja, die sind überall, Alter, was soll ich sagen? Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Äh, ich glaube, nicht anders als bei jedem anderen auch, ne? Ja, ausschlafen, entspannt aufwachen, bisschen im Bett chillen, bisschen kuscheln, ähm, aufstehen, ordentliches Frühstück, frische Brötchen, Rührei, Bacon, knuspriger Bacon, boah, boah, irgendein leckerer Aufstrich, irgendein so ein pikanter Hummus auf das Brötchen da drauf, so ein Krustenbraten, Schinken und so ein Leerdammer Käse, boah, so, äh, Baba Frühstück gönnen, irgendwas cooles unternehmen, keine Ahnung, Freizeitpark oder so. Äh, lecker, lecker essen, abends einen Film auf der Couch oder ein bisschen zocken oder sowas und dann einfach bis tief in die Nacht lustige Gespräche führen, sodass man gar nicht schlafen gehen will, weil's einfach zu schön ist gerade. Das ist der chilligste Tag ever, Digga. Hast du mal bei FragMrTricksL gemacht? Hat Spaß gemacht. Genau, zu streamen, wie ich's drehe und schneide, ne? Ja, das hab ich früher immer wieder gemacht. Ich weiß nicht, ob's dann halt das Endprodukt vorweg nimmt. Und ich weiß nicht, ob man das Video noch schaut, wenn man schon den ganzen Prozess gesehen hat oder ob man's gerade deshalb schaut, weil man das Endprodukt sehen will, noch bezüglich Mails. Mein Mann hat 42k zu bearbeiten. Ich bin ganz gut vorangekommen mit E-Mails übrigens. Ich kam gut voran. Es sind jetzt, glaub ich, nur noch tausend. Wieso hast du keinen Gaming-Stuhl? Ich hatte einen, fand ich kacke, dann hatte ich noch einen, fand ich auch gucke, äh, gucke wahrscheinlich, auch kacke. Jetzt habe ich von Flexispot diesen ultra chilligen Bürostuhl gesponsert bekommen und Junge, das ist ein Gamechanger. Den hätte ich gleich haben sollen. Guck mal, was der kann, Bruder. Wichtig und richtig. Klar kann das Gaming-Stuhl auch, aber der ist halt hier, der stützt die Lendenwirbelsäule. Seht ihr das hier, diesen Apparatus hier, das da? Ist halt richtig nice für den Rücken. Also auf dem Stuhl habe ich nicht so dieses Gefühl von, oh nee, mein Arsch ist platt gesessen, ich kann nicht mehr sitzen. So, und das hatte ich halt früher ziemlich schnell. Und auf dem Stuhl kann ich echt ewig sitzen, ist richtig nice. Wie bitte auskennt was Größe, was ist daran unverständlich? Aber Bro, kannst du nicht einen freundlichen ganzen Satz schreiben? Also wenn man einfach schreibt Größe Fragezeichen, ähm, das ist doch keine Frage, das ist ja nur ein Wort. Du kannst ja fragen, wie groß bist du, oder wie groß sind deine Füße, oder wie groß ist dein Haus, oder wie groß ist deine Kartendecksammlung. So, das kannst du ja fragen. Aber wenn du einfach nur Größe Fragezeichen schreibst, dann fehlt da ja der komplette Kontext-Digi. Und ich glaube, das haben dir meine Mods versucht zu verklickern. Aber wer nicht verstehen will, wird auch nicht verstehen, ne? Willst du mit deiner Musik auch mal live auftreten? Ich werde in meiner Zaubershow auch singen. Verspreche ich euch, so wahr ich hier sitze. In meinem Flexi-Spot-Bürostuhl. Alles klar, bin dann mal raus und defollow, kein Bock auf solche Mods. Dann auf ein Immerwiedersehen, Diggi. Er schreibt Größe Fragezeichen. Die Mods so, ja, aber das ist doch keine Frage, ist ja nur ein Wort, also das, was ich gerade alles gesagt habe. Er so, tschüss, defollow. Okay. Ganz ehrlich, dich wird keiner vermissen, Bruder. Hast du Tipps für Prüfungsangst? Ich schreibe bald mein Abi und fürchte in den Nächten davor, keinen Schlaf zu bekommen. Franzi, je besser du vorbereitet bist, desto weniger Sorgen musst du dir machen um irgendwas. Also wenn du wirklich gefühlt im Schlaf diese ganzen Fragen beantworten kannst, dann musst du dir gar keine Sorgen machen. Ja, es ist klar, dass man nervös ist vor wichtigen Dingen, Prüfungsangst, bla bla, logisch. Aber das Einzige, was du wirklich machen kannst, um es zu minimieren, ist, dich gut vorzubereiten. Das ist die halbe Miete. Fühlst du Erdnussbutter? Boah, ich, äh, nicht so sehr. Ab und zu mal, ja. Aber ich bin jetzt nicht so der harte Erdnussbutter-Junkie wie der ein oder andere. Also, Roxy ist da zum Beispiel anders. Ich habe neulich, Hashtag unbezahlte Werbung an der Stelle, ich hatte neulich bei MyProtein bestellt. Und ich hatte so den und den Mindestwarenwert, wo ich dann so ein kostenloses Goodie mit reinwerfen durfte in den Einkaufswagen. Und da war ich so, ja, das war alles irgendwie so useless in dieser Liste. Und da war da so Erdnussbutter. Ja, okay, da habe ich halt eine kostenlose Erdnussbutter noch zusätzlich. Warum nicht? Roxy isst die ganz gerne. Klick. Schmeißt die so in den Warenkorb. Da kommt dieses Paket. Und, Digga, das ist einfach so ein Ein-Kilo-Bottich an Erdnussbutter. Und so eine richtig gute. Hier mit so die Zutatenliste sind, glaube ich, nur drei oder vier Zutaten drauf. Also es ist richtig naturbelassen, wenig Zusatzstoffzeug drin, sondern echt eine sehr gute Erdnussbutter und einfach ein ganzer Kilo, Digga. Also wir haben jetzt Erdnussbutter für die nächsten, keine Ahnung wie lang. Oh, Junge. Ich bin aktuell in einer Tagesklinik wegen der Therapie und der ganzen Geschichte bla bla. Ich habe ein Prestigedeck mitgenommen, um damit eine Runde Romy zu spielen. Einige meinten, sie finden die Karten so nice und fancy, dass sie sich nicht trauen, damit zu spielen. Und das ist keine Lüge. Ich verstehe es zu 100 Prozent, Niklas. Aber Kartenspielen mit einem markierten Deck ist schon dreist, Bruder. Na, ein matikules Album. Ich würde gerne zu Wir-Werben-die-Nacht ein Lyric-Video machen, okay? Sehr gerne, Nico, darfst du gerne machen. Warum sind beim Starter-Set Deluxe nur sieben Sorten dabei, obwohl es viel mehr gibt? Du meinst, bei Holy, äh, Riper, das liegt daran, dass es bei Holy auch einige, äh, zusätzliche, äh, limitierte Sorten gibt, die nicht im Standardsortiment sind. Zum Beispiel aktuell gibt es diese Grapefruit-Giraffe. Die ist, ähm, nur limitiert. Also die ist nicht, also wenn die weg ist, ist die erstmal weg. Kann sein, dass die für irgendeine Sonderaktion nochmal wiederkommt. Aber das ist nicht als fester Bestandteil eine Dauersorte. So, und deswegen in diesem Starter-Set Deluxe sind alle Dauersorten drin. Bei FragMrTricksXL hat's Sinn gemacht mit Fragen sammeln und Ideen, wie man das umsetzen kann. Bei Anavius macht's nicht so viel Sinn. Genau richtig, Susi. Das ist auch das Problem, das ich dabei sehe. Wenn ich jetzt streamen würde, wie ich ein Unboxing drehe von irgendwelchen eingekauften Zaubertricks, dann hat es ja auch keinen Sinn, nachher das Video zu gucken. Weil ihr seht das Unboxing dann ja schon im Stream, so, ne? Ähm, und vor allem gibt es halt auch oft so Momente, wo ich sag, okay, ich muss mir jetzt erstmal das Tutorial anschauen. Und dann mach ich erstmal die Kamera aus und dann vergehen 20 Minuten. Das seht ihr ja im fertigen Video nicht, ne? Da ist es einfach nur, okay, gucken wir mal das Tutorial. Okay, der Trick funktioniert folgendermaßen. Dann führe ich euch den vor. Und in der Zeit sind manchmal 20, 30, eine Stunde, zwei Stunden vergangen. Und, äh, das wäre halt on-stream richtig doof, ne? Deswegen, ich müsste, es müsste ein ganz bestimmtes Video sein, ein ganz bestimmtes Format, was perfekt darauf ausgelegt ist, dass ich es on-stream drehe. Dann kann ich es vielleicht mal machen, ja. Kannst du auch mal einen Musik-Stream machen? Ja, stimmt. Ich wollte noch einen Einpack-Stream machen. Das können wir auch mal machen. Dass ich wirklich streame, wie ich Pakete packe. Das können wir gerne mal machen. Was waren so Highlights aus deiner Kindheit? Geburtstage, Weihnachten, mit Freunden was machen und so weiter. Also, die schönsten Kindheitserinnerungen, die ich habe, sind halt immer alles, wenn es, wenn die ganze Familie mit dabei war, wenn zusammen musiziert wurde, das waren die Weihnachtsfeste, da ist dann immer ganz viel, wird gesungen zusammen. Oder wenn wir in den Freizeitpark gefahren sind oder so, das sind so die schönsten Kindheitserinnerungen, die ich habe, wo einfach alle in der Familie, ja, Ende. Wie groß ist dein Holy-Vorrat? Boah, sehr groß. Also, alles, was ihr da hinten seht, einiges steht hier noch bei mir auf dem Schreibtisch. Und die Menge, die ihr da hinten seht, habe ich auch noch mal komplett genauso viel auch in der Küche. Also, ich habe sehr viel Holy zu Hause. Wie breit ist die Space-Taste auf deiner Tastatur? So breit, von Daumen bis kleiner Finger. In welcher Stimmlage singst du? Schwierig. Herzlich willkommen im Chat-Brown-Dreams. Ich bin eine Baritonstimme. Heißt, ich schaffe es nicht, mit Ultra-Power die hohen Töne oben zu packen wie eine Tenor-Stimme. Schaffe es aber auch nicht, unten zu überragend im Bassbereich zu dominieren, sondern bin halt einfach im Mittelfeld. Und das ist relativ unspektakulär. Ähm, ja. Aber ja, das ist meine Stimmlage. Kopierst du bei Telonym alles zuerst raus oder liest du direkt bei Telonym? Wenn man kurz vor der Folge noch eine Frage einreicht, kann es sein, dass die nächste Folge kommt? Ähm, nee, ich bin auf der Seite von Telonym. Da sehe ich alle Tells, die ihr mir geschrieben habt. Und da gibt es eine Livestream-Funktion. Über die kann ich die ganzen Sachen dann hier immer so fancy einblenden. Aber ich lese das in Echtzeit auf Telonym. Also ich lese mir die vorher nicht durch, nee. Ich meine einen Zaubertrick, der geschnitten ist und dann im Stream vorgetäuscht wird und dann alle denken, dass das live ist. Ach, das meinst du? Ja, das kann ich mal wieder machen, ja. Welche Farbe magst du am liebsten? Blau. Ich weiß, das sieht jetzt türkis aus durch das Color-Grading, aber blau. Hast du früher klassische Klaviermusik gespielt? Wieso früher, mache ich immer noch. So Rachmaninoff oder Liszt. Weißt du, du fragst nach Klassik und nennst dann zwei nicht-klassische Komponisten. Aber ja, ich spiele bis heute auch noch klassische Klaviermusik. Meine liebste Epoche ist aber die Romantik. Also alles aus der Romantik, oh Bruder. Geht so tief ins Herz rein. Aber mit den Adressen aufpassen, ja natürlich. Also ich werde jetzt nicht eure Adressen in die Kamera halten, das ist klar. Kennst du Marty Fischer, der macht von den Kuh Musik-Content? Ja, ja, Marty Fischer habe ich früher sehr viel geguckt, bevor er bekannt war. Da hieß er noch, der Klavinova. Da habe ich ihn sehr gerne geguckt. Da hat er vor allem Stimmimitationen gemacht und Musik war zweitrangig. In der Zeit damals, 2009, 2010, da habe ich Marty Fischer sehr gerne geguckt. Kann man mit Holy wirklich abnehmen? Ich traue mich irgendwie nicht, das zu bestellen. So wie du die Frage formulierst, nein. Nein, also Holy ist nicht ein Allzweckwunder, dass du trinkst und plötzlich nimmst du ab. Nein, Holy kann helfen beim Abnehmen, wenn das dein Ziel ist, wenn du viele Softdrinks trinkst und dadurch viele Kalorien flüssig aufnimmst. Angenommen, du trinkst jeden Tag zwei, drei Gläser Cola. So, wo dann Ultrazucker drin ist. Auf 100 Milliliter hast du 11 Gramm Zucker drin. So ein Glas Cola hat dann einfach 33 Gramm Zucker. Ein Liter bist du bei 100 Gramm. Das ist einfach so viel, Digga. So, wenn das jetzt bei dir der Alltag ist, du trinkst viele Softdrinks, dann würde es dir beim Abnehmen helfen, stattdessen keine Kalorien zu trinken. Heißt, statt solchen Softdrinks auf kalorienfreie Softdrinks zu wechseln. Statt Cola auf Cola Zero zu gehen. Und da kann dir Holy helfen, statt einem Energy Drink oder einem Eistee, den du dir so im Supermarkt kaufst, wo halt viel Zucker drin ist und dementsprechend auch viele Kalorien. Wenn du stattdessen einen Holy trinkst, sparst du dir diese Kalorien. Wenn du trotzdem genauso weiter isst, nichts veränderst an deinem Leben und statt gezuckerten Getränken Holy trinkst, ja, dann verlierst du erstmal Gewicht bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wenn du jetzt sagst, ey, deine Gewohnheiten sind so, du trinkst immer Wasser und statt Wasser trinkst du jetzt plötzlich Holy, nee, da nimmst du nicht ab von. Also Holy ist nicht eine Wunderpille, die du nimmst, nichts da draußen. Es gibt nicht die eine Wunderpille, die du nimmst und dann nimmst du plötzlich ab. Sowas gibt es nicht. Ja, aber wie gesagt, es kann dir halt dabei helfen, dein Kaloriendefizit zu fahren. Aber es sollte, das sag ich auch immer dazu, es sollte nicht so sein, dass du dich den ganzen Tag über von Holy ernährst, sondern oder von irgendwas anderem an so Getränken, sondern dein Hauptgetränk sollte Wasser sein. Punkt. So, und wenn du dir ab und zu mal was Süßes gönnen möchtest, statt einer Cola dann einen Holy zu trinken, ja, das ist definitiv die bessere Variante. Aber du solltest jetzt nicht drei Liter Holy am Tag trinken und denken, dass du dann gesünder bist. Das auf jeden Fall nicht. Vor allem, wenn das immer der Energy ist, dann bist du auch ganz schnell über deine empfohlenen Koffein-Tagesmenge und dann kriegst du Probleme. Mittlerweile reagieren ja viele auf deine Videos. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf deinen Kanal? Mehr Views, mehr komische Leute in den Kommentaren, coole neue Leute in den Kommentaren? Genau die drei, die du gerade geschrieben hast, ja, genau diese drei Auswirkungen hatte das. Es kamen viele neue Leute auf meinen Kanal, was unglaublich cool ist. Und darunter sehr viele coole neue Leute, aber natürlich auch sehr viele weirde neue Leute. Das ist so. Kannst du mal ein How-To-Stream-Tutorial machen, was man benötigt, wie man anfängt? Nee. Das ist, ähm, das habe ich früher mal gemacht, ja. Ich glaube, das Video habe ich auch irgendwann wieder offline genommen, weil ich nicht möchte, dass Leute über dieses Video auf meinen Kanal kommen und denken, sie kriegen Streaming-Tipps. Und dann, hä, kommt ein Zaubertutorial. So, weißt du? Äh, nee. Das ist nicht mein Content. Und das ist auch kein Content, den ich jetzt anfangen möchte zu machen. Aber, ähm, ich kann dir da Nilsson empfehlen. Das ist ein sehr cooler deutscher YouTuber, der sehr tolle Tutorials zum Thema Streaming hat. Was ich mir vorstellen kann, wenn ich jetzt einen neuen Kanal eröffnen würde und wo ich wirklich Content machen kann für lange Zeit, dann wäre es wahrscheinlich ein Kanal, wo ich erkläre, wie YouTube funktioniert. Wie kannst du YouTuber werden? So, da gibt es international drei oder vier gute, gute Kanäle. Aber es gibt keinen einzigen im deutschsprachigen Raum, der das wirklich gut macht. Und da hätte ich Bock drauf. So YouTube-Tipps, Algorithmus-Tipps, wie kannst du deine Retention verbessern, deine Klickrate verbessern und so weiter. Wie solltest du Videos gestalten? Wie baust du Werbung ein? Und sowas alles. Wie kannst du es dann monetarisieren? Äh, so ein Format wie Channel Makers beispielsweise. Sowas in der Richtung auf Deutsch, das könnte ich mir vorstellen. Aber, ähm, nicht für Streaming. Da ist meine Expertise gar nicht groß genug, weil ich, ihr seht das ja an meinen Zahlen. Ich finde, Zahlen sind immer ein ganz guter Beweis für. Ich streame seit über, ja, seit fünfeinhalb Jahren streame ich auf Twitch und ich habe seit ungefähr vier Jahren die gleiche Zuschauerzahl. Gehst du morgen wieder on? Ja, ich streame montags bis donnerstags, immer 20 bis 22 Uhr. Wie viel Kilo kannst du heben? Das, äh, musst du genauer, also, da musst du einmal genauer spezifizieren. Bei welcher Übung meinst du jetzt genau? Mein Freund stand gerade hinter mir und ihm gefällt dein T-Shirt. Wo kann man die bestellen? Der nächste, oder was? Nee, ähm, ich werde jetzt keine unbezahlte Werbung dafür machen, wo ich meine T-Shirts kaufe. Wer ist dein Lieblingskomponist aus der Romantik? Äh, auf jeden Fall Chopper. Definitiv Chopper. Guten Abend, schöne Grüße aus Kronau. Liebe Grüße zurück. Ab wann würdest du deinen Kindern Energy erlauben? Boah, schwierig. So ab 13 vielleicht so ein bisschen ab und zu mal. Aber, also, lieber so spät wie möglich, ne? Wasser bringe ich nicht runter, die Hydration-Drinks fände ich klasse. Ja, siehst du, das ist doch gut. Wie viel Geld machst du mit dem Uri Geller-Video? Äh, das ist, äh, auf gelb. Also, ähm, nicht für alle Werbetreibenden geeignet. Und deshalb fast gar nichts mehr. Äh, welches Uri Geller-Video meinst du? Mein letztes oder mein, mein vorletztes? Das über The Next Uri Geller oder das, warum Uri Geller gehasst wird? Welches davon meinst du? Kennst du die alten Songs von Linkin Park? Ja, natürlich. War's ne Frage. Und du hast mal gesagt, im Dezember dein Ziel im Jahr 24 ist, mehr unnötige, nervige Kommentare im Live-Chat zu ignorieren. Wie läuft's bis jetzt? Gar nicht gut. Das hab ich genau zwei Streams geschafft und dann hab ich mich direkt wieder triggern lassen, Digga. Das Next Uri Geller und das Normale. Ja, okay, dann einfach beides, Lul. Also, das The Next Uri Geller-Video, das ist auf grün, also das ist normal monetarisiert. Das hat jetzt 736.000 Views. Geisteskrank. Und hat 4.100 Euro YouTube-Umsatz gemacht. Und mein letztes Uri Geller-Video, warum Uri Geller gehasst wird, 93.000 Views und hat 385 Euro Umsatz gemacht. Aber, das Lustige bei diesem Umsatz ist, wenn ich jetzt mal gucke, ja genau, am ersten Tag hat's 200 Euro, dann 90, dann 30 und jetzt macht es noch 3 Euro am Tag, ne weniger sogar, 1 bis 2 Euro am Tag, seit es auf gelb gestellt ist. Also, ähm, ja. Ey, das sind immer noch 3 Euro am Tag, selbst wenn's 1 Euro am Tag am Ende ist. 1 Euro am Tag sind immer noch 30 Euro im Monat. Haben oder nicht haben, ne? Gibt es das Kiss mit dem Assymbol bei dir im Support-Shop? Im Support-Shop nicht, aber wie gesagt, in meinem alten Teespring-Shop war's noch mit drin, ja. Schon mal versucht zu rauchen? Ja. Ich hab schon mal an der Zigarette gezogen, hab gehustet, gepustet und gemerkt, okay, das ist gar nichts für mich, Digga. Kommt die letzte Talonym-Runde auf deinem Kanal? Ist aktuell nicht geplant, ne. Was hast du da für Mischpult im Hintergrund? Yamaha 0-2-R? Äh, 0-1-R fragst du. Ne, das ist das 0-2-R. Das ist genauso alt wie ich. Hat mir mein Papa vermacht. Wie viel verdienst du ungefähr an alten Videos, alle, die älter als ein Jahr sind? Ähm, das meiste tatsächlich. Also, wenn ich gucke, Monatsumsatz, ich muss ja jetzt nicht komplett genaue Zahlen liefern hier, aber in den letzten 28 Tagen sind die besten zwei Videos noch aus diesem Monat gewesen. Und davor, vor zwei Jahren, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, dann wieder dieser Monat, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren, vor einem Jahr, vor einem halben Jahr, vor drei Jahren, vor einem Jahr, vor einem Jahr, vor drei Jahren, vor zwei Jahren. Ja, also langfristig gesehen, ich würde schätzen, ich hab jetzt nicht genaue Statistiken mir dafür angeguckt, aber ich würde schätzen vom Gefühl, boah, mindestens die Hälfte vom Monatsumsatz machen alte Videos. Nach welchem System kommen die Discord-Memes auf YouTube? Boah, immer wenn, also wenn ich eine Runde so lustig fand, dass ich sehr dauerhaft am Grinsen war, dann, danach melde ich mich direkt bei Tobi, ey, die Runde gerade war so lustig, die muss unbedingt ein Video werden. Erinnerst du dich an meinen vorhin erwähnten Star-Wars-Film? Ich brauche dafür tatsächlich auch Synchronsprecher. Glaubst du, Tobi würde bei sowas mitmachen? Auf jeden Fall. Wenn es eine kleine Rolle ist, würde auch ich mitmachen, warum nicht? Hab das 0-1-V, das erste Digital-Mischboot, womit Yamaha jemals erfolgreich wurde. Auch cool. Tontechnik ist was Spannendes. Auf jeden Fall. Das, oh mein Gott, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Das wäre auch, war auch lange Zeit einer meiner größten Berufswünsche. Das war tatsächlich der Berufswunsch, den mein Papa am ehesten von mir hatte. Dass ich Toningenieur werde. Da hatte ich auch lange Zeit Bock drauf. Aber irgendwie, es hat sich nicht richtig angefühlt. Lange gesucht. Ich finde das Hans Zimmer Video, bei dem du so Gefühle gezeigt hast, nicht mehr. Ja, wie gesagt, kann sein, dass es durch Copyright gelöscht wurde. Muss ich mal gucken. Brauche auf jeden Fall Synchronsprecher für Kampftruinen. Ja, das kriege ich hin. Roger, roger. Kennst du von Chopper die Etüde Nummer 24? Kannst du die spielen? Lass mich kurz hören. Chopper, Etüde 24. Etüde Opus 24. Wie sieht es aus mit DJing? Keine Erfahrung, keine Interesse. Ich habe nach dem Abi vor, zum Fernsehen zu gehen, irgendwas mit Ton und Videotechnik zu machen. Sehr guter Plan. Klingt cool. Ich möchte mal Medizin studieren und dann die Nephrologie. Was ist denn Nephrologie? Nierenlehre. Oha, warum so spezifisch? Das klingt so, als hätte das eine Backstory. Aber Respekt auf jeden Fall. Ich bin am 30. April bei Miles in der Show. Freue mich. Warst du schon mal in seiner Soloshow? Ich habe noch nicht sein komplettes Soloprogramm gesehen. Aber ich habe fast alle Effekte, die er macht in seiner Soloshow, habe ich auch schon live auf der Bühne gesehen von ihm. An unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Aber ich habe nicht seine aktuelle Soloshow im ganzen Programm gesehen. Nee, das nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Besucht gerne mal Miles' Zaubershow, wenn ihr eine richtige Zaubershow sehen wollt. Da ist wirklich nicht so... Bei mir wäre es zum Beispiel so, meine Zaubershow wird eigentlich eher eine Comedy-Show mit Zaubertricks. Und das ist wirklich eine Zaubershow. Ihr geht da hin und von der ersten bis zur letzten Sekunde ist es Magie. Das ist cool. Schaut auf jeden Fall, Miles. Bin selber nierenkrank, seit ich elf bin, konnte in drei Kliniken nicht behandelt werden, weil keine Kinder-Nephrologen. Deswegen soll es die Kinder-Nephrologie werden. Verstehe. Genauso dachte ich es mir fast. Und das finde ich sehr löblich. Auf jeden Fall. Viel Erfolg dafür. Das wird ein langer, steiniger Weg. Du musst sehr viel arbeiten und husteln dafür. Aber du schaffst das. Ich finde es schön, dass du ein ganzes Album gemacht hast. Viele YouTuber oder so machen nur noch Songs an Songs ohne Album. Das ist bei Rock noch schön. Ja, oder? Finde ich auch. So, Chopin. Etude 24. Ocean. Hören wir mal kurz. Nee, die kannte ich nicht und kann ich auch nicht spielen. Nächstes Projekt incoming. Wenn ich noch für Budget was beiseite legen kann, engagiere ich den Originalsprecher der Klone Martin Kessler. Martin Kessler. Den kannst du per Voice AI tatsächlich klonen. Freunde, ich wünsche euch einen schönen Abend. Eine zuckersüße gute Nacht. Schlaft gut. Träumt süß. Und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische um 20 Uhr. Bis dann. Euer Matti. Und danke vor allem auch liebe Motz für die Arbeit heute. Haut rein. Danke für die ganzen Subs heute. Geist ist krank. Danke, Freude. Musik 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 Musik